Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zur Nachbesprechung von One Piece Kapitel 1108. Man sollte sich anschnallen auf das nächste Kapitel, denn Vegapunk ist kurz davor, die Wahrheit über diese Welt zu enthüllen. Und da sind wir natürlich alle gespannt, was die Wahrheit sein wird. Ihr habt wieder fleißig Fragen gestellt im Vorfeld unter der Review. Dafür erstmal ein dickes Dankeschön an euch. Daumen nach oben, denn ohne Fragen funktioniert ein Q&A natürlich nicht. Und wir beginnen mit der ersten Frage von Gabo DiCruz. Er hat gefragt, wird Vegapunk seine Rede unterbrochen? Wird sie eher lang oder kurz? Welchen Impact wünschst du dir durch die Offenbarung von Vegapunk? Zum Beispiel, alle Könige werden nicht mehr an der Reverie teilnehmen, etc. Na gut, kommen wir erstmal zu der Rede und wird er diese Rede halten können? Jetzt ist es natürlich so, wir haben zwar keine Pause in dieser Woche. Ganz normal wird Kapitel 1109 erscheinen. Aber der Schein kann natürlich auch ein bisschen drügen. Wie oft hatten wir das schon in One Piece, wo wir kurz davor waren, eine große Enthüllung zu bekommen. Und dann haben wir ganz was anderes gesehen, weil das jetzt ganz wichtig war zu behandeln. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass im nächsten Kapitel vielleicht erstmal so ein Blick um die Welt passiert. Ja, wir sehen überall Städte, die wir kennen, vielleicht auch nicht kennen. Sowas wie Water 7 zum Beispiel. Sehen einen großen Bildschirm, der mit Teleschnecken bedient wird. Wir kennen das ja noch aus dem Marineford Arc. Und dann wird da Vegapunks Gesicht übertragen. Versteht ihr? Und dann reagiert vielleicht sogar die Marine darauf, dass das unbedingt gestoppt werden muss. Und diese Leinwände deaktiviert oder zerstört werden muss, bevor diese Insel, dieses Land auch erfährt, was Vegapunk zu sagen hat. Aber was Vegapunk sagt, findet gar nicht im nächsten Kapitel statt. Sondern wir werden halt erstmal überall Reaktionen darauf sehen. Vielleicht auch Reaktionen von Saturn und Kizaru. Die das ja wahrscheinlich auch mitbekommen. Weil ich gehe stark auch davon aus, dass diese Wahrheit auch auf Eckert Island selbst irgendwo ausgestrahlt wird. Sofern das überhaupt möglich ist natürlich. Aber das ist ja dann der Punkt, wo wir es wahrscheinlich erfahren. Oder wir sehen zumindest vielleicht auch das Original. Ist ja so eine Sache. Und natürlich kann, wenn das auf Eckert Island auch ausgestrahlt wird und Saturn und Co. das mitbekommen, direkt der Befehl erfolgen. Wir müssen da oben die Laborphase jetzt zerbomben oder zerstören. Damit halt diese Übertragung irgendwie gestoppt wird. Oder vielleicht die Schiffe, die rund um Eckert Island sind. Da sind natürlich auch schon einige zerstört worden. Sie werden ja quasi von zwei Seiten angegriffen. Aber die könnten natürlich trotzdem versuchen, das Signal, das von Eckert Island ausgeht, zu stören. Oder abzufangen oder sonst irgendwas. Es gibt ja Möglichkeiten dazu. Was ich sehr interessant finde, wer von euch hat vielleicht One Piece Film Red gesehen. Da gab es ja eine besondere Teleschnecke, die Uta gefunden hat. Und damit war es ihr ja möglich, Livestreams von ihren Konzerten auf der ganzen Welt zu senden. Denn Uta hat ja selbst nie diese Eligia-Insel, wo sie gewesen ist, verlassen. Sondern hat das immer quasi über einen Stream verbreitet. Wäre natürlich interessant, wenn Vegapunk jetzt die gleiche Technologie, also die gleiche Art Teleschnecke verwenden würde. Denn klar, der Film ist kein Kanon, aber Dinge, die in diesem Film vorkommen, können natürlich Kanon sein. Die Ereignisse natürlich nicht, aber so eine Teleschnecke von der Special Science Group der Weltregierung. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass diese existiert. Und wir haben ja auch in diesem Film von der Figureland-Familie erfahren und dass sie was mit Shanks zu tun hat. Also auch das könnte natürlich Kanon sein. Dazu erstmal Folgendes. Wie gesagt, er hat seine Rede noch nicht gehalten. Und ob es im nächsten Kapitel passiert, steht noch auf der Kante, würde ich sagen. Es wackelt. Es wackelt sogar sehr, weil, klar, ich habe es eben schon gesagt, wir haben diese Woche keine Pause. Aber danach wird eine Pause sein. Denn dann hatten wir wieder drei Kapitel in Folge. Und das ist im Grunde der normale Rhythmus von Echiro Oda. Dann macht er seine Pause. Und er ist ja auch ein bisschen talentiert darin, etwas nach hinten zu ziehen. Also das nochmal zu strecken und dann sagen, haha, es ist doch nicht jetzt in Kapitel 1109, sondern erst in Kapitel 1110. Und dazwischen ist nochmal eine Pause. Also dürft ihr gerne nochmal spekulieren. Was ich aber auch gar nicht mal so schlecht finden würde. Weil, das gibt uns One-Piece-Theoretikern auf YouTube oder wo sie sich sonst so rumtreiben, natürlich tatsächlich nochmal die Möglichkeit, das Thema ausführlich zu behandeln. Ja, auch das kann natürlich Spaß machen, finde ich zumindestens. Auf der anderen Seite kann Oda das vielleicht sogar noch zwei Kapitel strecken, weil dann sind wir, wo sind wir dann? Ihr habt es erraten. Und wir haben uns ja alle schon gefragt, wird da irgendetwas komplett Besonderes passieren? Vielleicht hat Oda genau das geplant. Ja, dass es bis dahin dann irgendwie noch gestrickt wird, weil wir nochmal einen Blick um die Welt bekommen. Oder wie es ja jetzt so häufig im Egghead Island Ark war, etwas ganz anderes zu sehen bekommen, was eigentlich gar nichts mit den Ereignissen auf Egghead zu tun hat. Beispielsweise Kid auf Elbaf oder Law bei Winner Island oder halt die Sache auf der Pirateninsel. Das könnten wir auch zu Gesicht bekommen und das hat mit der Rede von Vegapunk absolut gar nichts zu tun. Darauf möchte ich euch noch schon mal ein bisschen vorbereiten, aber ich denke, die meisten könnten dann trotzdem enttäuscht sein, wenn es so kommen würde. Aber natürlich, klar, es kann auch sein im nächsten Kapitel, dass direkt in den ersten Seiten Oda bzw. Vegapunk rausplatzt mit dieser Wahrheit und sagt, ja, jetzt geht's los, hier, jetzt kommt meine große Rede. Mein großes Abschiedsgeschenk an die Weltregierung dafür, dass sie mich vermutlich getötet hat. Denn Chaka wusste es ja schon. Chaka, als quasi Stellvertreter von Vegapunk, als Satellit, hat ja schon zu Dragon gesagt, ich fürchte, ich werde jetzt bald sterben. Und vielleicht hat er im überdrangenen Sinne auch in dem Sinne für Vegapunk, er ist ja selbst ein Vegapunk, gesprochen. Ja, was wird dadurch passieren? Welcher Impact? Ja, die Welt wird schockiert sein. Das wurde uns für den Egghead Island Ark, nee, Egghead Island Vorfall versprochen. Und jetzt halt quasi nochmal durch Vegapunk, der ja auch gesagt hat, die Welt wird schockiert sein, wird wahrscheinlich etwas mit anderen Augen sehen. Aber auch dieses Wort, geschockt sein, ist etwas, was vieles verspricht und vieles auch dann einfach enttäuschend sein kann. Denn am Ende ist es genau das, was die Strohutbande schockiert hat, dass Egghead Island nicht das Land der Zukunft ist, sondern das Land der Vergangenheit und dass es vor 900 Jahren schon mal ein Königreich gab, das viel weiter und technologisierter entwickelt war, als das heutige Land und vor allem halt auch Egghead Island. Das ist ja schon eine Schockierung, wenn man denkt, boah, das ist die Zukunft. Nein, das ist noch nicht mal ansatzweise die Zukunft. Aber das wäre für uns keine neue Information. Das wäre halt für uns einfach nur, Och, nö. Und genauso könnte er halt, aber da ist natürlich auch wieder die Hinterfrage, woher weiß er überhaupt davon, die Existenz von Imusama enthüllt. Er kann sagen, Hey, wusstet ihr eigentlich, über den Gorosei gibt es noch eine Persönlichkeit, Imusama, der über allen steht und der sogar auf dem leeren Thron sitzt. Aber, und da, wie eben schon gesagt, müssen wir natürlich festhalten, woher soll er davon wissen. Wir rechnen natürlich alle mit noch einem riesigen, krasseren Impact. Jetzt wird die wahre Geschichte hier enthüllt an dieser Stelle. Und ja, vielleicht ist es das. Tatsächlich, vielleicht ist es das. Aber, ich weiß es nicht. Das ist das, der Punkt. Ich will mich nicht selbst zu krass hypen, um dann zu sagen, ja, verdammt, jetzt ist das nicht gekommen. Was soll das? Oder, weil er das vielleicht auch gar nicht geplant hat an dieser Stelle. Also, es könnte tatsächlich eine Information sein, die wir als Leser schon haben, aber die Welt halt eben noch nicht weiß. Dann ist es für uns nichts Neues, aber für die Welt von One Piece ist es was Neues. Und das könnte natürlich zum Umdenken von vielen Charakteren führen. Weil ich denke schon, Vegapunk ist eine vertrauenswürdige Person. Dem nimmt man halt so etwas schon ab, wenn er es halt natürlich erzählt. Das ist kein dahergelaufener Pirat oder sonst irgendwer oder Nico Robin, die als Teufel von Ohara gilt. Und da sind wir eigentlich bei einem richtig guten Punkt. Ohara. Ohara, da hatten wir ebenfalls so eine Situation, wo fast etwas enthüllt wurde. Der Name des antiken Königreichs. Und da sind wir an dem Punkt. Woher weiß Vegapunk diesen Namen? Denn ich gehe ja stark davon aus, der Name stand auf dem Pornoglyph von Ohara. Das ist übrigens verschwunden gewesen. Es waren ja nur noch die Bücher da. Kann natürlich gut sein, dass die Gelehrten von Ohara die Informationen von Pornoglyph in den Büchern niedergeschrieben haben. und Vegapunk hat einfach halt die ganzen Bücher gelesen und dann diesen Namen erfahren. Gut möglich. Schließe ich nicht aus. Aber dann natürlich die Frage, warum wurden die nicht vollends von der Weltregierung zerstört? Gut, hatte keiner Lust darauf, die ganzen Bücher zu lesen und zu gucken, was da drin steht. Aber auf der anderen Seite hätte man auch denken können, ja, unabhängig, was da drin steht, verbrennen. Ja, verbrennen, weg, alles vernichten und so weiter. Genauso wie sie halt höchstwahrscheinlich auch das Pornoglyph einfach mitgenommen haben, weil das war ja nicht mehr zu sehen. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wenn es wirklich auf dem Pornoglyph gestanden hat, dann dürfte doch der Name des antiken Königreichs Nico Robin doch schon direkt bekannt sein. Das heißt, Nico Robin weiß doch schon die ganze Zeit den Namen des antiken Königreichs und hätte es jederzeit droppen können. Allgemein weiß doch Nico Robin viel mehr als wahrscheinlich jeder andere Charakter in One Piece, außer vielleicht diejenigen, die tatsächlich auf Laugh Tale waren mit Goldie Roger, die es aber halt nicht so wirklich verstanden haben. Also sind wir wieder zurück bei Nico Robin. Und das ist halt der Punkt. Du brauchst nicht Vegapunk, um so etwas zu enthüllen. Ich hätte es viel lieber, wenn Nico Robin jetzt sagen würde, okay, let's go, Livestream. Ich erzähle euch jetzt mal die Wahrheit, denn ich habe alles von dem Pornoglyphen gelesen. Also das Ganze ist, ähm, ist ein Spiel mit dem Feuer, würde ich sagen. Es kann sehr, sehr krass werden. Es kann fundamental werden. Es kann aber auch halt eine sehr große Enttäuschung werden. Und wenn wir noch bei Ohara bleiben, ja, was ist mit Dr., nee, Professor Kleblatt, äh, passiert, als er den Namen sagen wollte, er wurde direkt exekutiert. Das wurde uns halt so, ja, verwehrt, diese Antwort darauf. Ähm, dann, äh, eine Frage von Rosi Hobbit. Meinst du, Vegapunk macht seine Ansage live oder hat er sie vorher aufgenommen und spielt sie jetzt nur noch ab? So oder so stimme ich dir aber zu, dass seine Nachricht nicht vollständig ausgestrahlt wird, damit weiter wieder Spannung erzeugt wird oder weiß eben, wie es geht. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, es ist nicht ausgeschlossen, dass sie komplett übertragen wird, aber es hat halt eben diese Professor Kleblatt-Wipes, gell, dass es halt doch noch mal uns weggenommen werden kann. Ähm, wird er diese Ansage live machen. Also es schließe auch das nicht aus, dass Vegapunk im übertragenen Sinne noch lebt und jetzt in diesem Computer ist, so wie Professor Dr. Sola in Marvel-Universum, Captain America und so weiter, ich wollte Captain Avenger sagen, aber passt ja irgendwie auch so zusammen, ähm, nicht auszuschließen. Aber, das, was er bisher gesagt hat, und zwar hat er ja so ein bisschen aufs Mikrofon geklopft und Test, Test ist dieses Ding an, ich glaube nicht, dass er das sagen würde, wenn er selbst der Computer wäre. Weil wenn er da eine Aufzeichnung machen würde, hätte er das Mikrofon ja in sich selbst eingebaut, er würde ja über dieses Mikrofon sprechen. Es hört sich halt eher an, als hätte er vorher eine Aufnahme aufgenommen und dafür spricht ja auch das EKG, das wir dort sehen, dass, äh, der Ausschlag des Herzschlags gemessen wurde und der dann einfach nur noch eine gerade Linie gewesen ist, was ja in Arzserien und Filmen immer bedeutet, der Patient ist gerade verstorben und dass dadurch halt eben diese Aufnahme abgespielt wird. Das heißt auch etwas, was man direkt verhindern kann, ähm, wenn, wenn es halt irgendwie zerstört wird oder halt, dass wir nur die Hälfte erfahren. Ich glaube, das könnte so ein Mittelding werden, dass wir Teile davon erfahren, was Vegapunk zu erzählen hat, aber nicht die vollständige Nachricht. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen und wäre vielleicht auch gar nicht das schlechteste Szenario, auch wenn natürlich hier einige enttäuscht wären. Also ja, ich tippe mal 90%, 95% Aufnahme, 5% vielleicht, äh, ist er noch am Leben, Dr. Zola mäßig, ähm, äh, aber dazu passen die Worte, finde ich die nicht so wirklich. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, nicht unwahrscheinlich. Kati hat gefragt, äh, wann sollte Katharina, äh, Devon Ruffy berührt haben? Als Ruffy das Essen bekommen hat, warum sollte sie ihm was zu essen geben? Ja, also ich habe ja in der Review mit dem Gedanken gespielt, äh, da Blackbeard ja höchstwahrscheinlich jetzt die Informationen bekommt über die antiken Waffen und eine davon ist ja Poseidon auf der Fischmenscheninsel, dass er diese beiden Inseln, Fischmenscheninsel und Wano Kuni angreifen könnte und wir ja noch diese, ähm, Prophezeiung von Madame Shiali haben, die gemeint hat, äh, dass jemand mit dem Strohhut, also jemand, der aussieht wie Ruffy, kommen wird und diese Fischmenscheninsel zerstören wird. Jetzt können wir uns das natürlich schlecht vorstellen, dass Ruffy das persönlich tun wird, aber es kann natürlich auch im übertragenen Sinne gemeint sein, Ruffy zerstört die Fischmenscheninsel, aber eigentlich ist es eine gute Tat und die Fischmenschen leben dann an der Oberfläche, was ja eigentlich ein langersehnter Traum ist, auch oben zu leben, ähm, alles okay. Aber jetzt könnte ja natürlich Blackbeard kommen und die Fischmenscheninsel zerstören und wir haben dort einen Charakter, der sich eigentlich, also zumindest in der Theorie, in alle verwandeln kann, wenn er sie, wenn er sie oder sie ihn berührt hat in dem Sinne. Also, Katharina de Waal müsste Ruffy berührt haben. Das muss nicht jetzt in Eckert Island passiert sein, das kann beim nächsten Aufeinandertreffen passieren, das kann im Vorfeld schon früher passiert sein, das muss jetzt nicht in den aktuellen Momenten passiert sein. Auch, dürfen wir nicht vergessen, sowohl Katharina de Waal als auch Van Oger als auch Karibu sind noch nicht weg. Das kann auch jetzt noch in den nächsten Kapiteln passieren, dass Ruffy genauso weggeschleudert wird wie Saturn vor ein, zwei Kapiteln und Katharina de Waal dann da die Option nimmt, Ruffy halt kurz zu berühren. Sie muss ihn ja nicht K.O. schlagen oder so, sie kann ihn kurz berühren und lächeln und dann steht Ruffy schon wieder auf, was sollte das, Hände weg von mir und dann geht er wieder zurück in den Kampf und schon haben wir diese Situation geschaffen. Also ja, natürlich, du hast recht, sie muss ihn irgendwie irgendwo berührt haben, um sich in ihn zu verwandeln, aber es muss jetzt bisher noch nicht geschehen sein, beziehungsweise es ist geschehen, wir werden es später erfahren. Aber ich glaube auch nicht, dass sie oder Van Oger ihm das Essen gebracht hat oder in seiner Nähe war zu diesem Zeitpunkt. Es sei denn, es hatte mit ihrem Auftrag zu tun und den eigentlichen Auftrag, finde ich immer, wissen wir immer noch nicht so ganz. Das muss noch aufgeklärt werden. Ja. Ronald hat gefragt, glaubst du oder beantwortet und fragen uns Fragen oder glaubst du, wir haben danach mehr Fragen und werden wir es hören oder nur als Vegapunks Aussage bekommen? Ich würde sagen beides. Ja, es wird Fragen vielleicht beantworten und trotzdem weitere Fragen aufwenden. Vielleicht bekommen wir auch noch mal einen komplett anderen Namen getroppt, den wir vorher noch nie gehört haben. Aber ich glaube nicht, dass es Nika sein wird. Es wurde ja auch jetzt hier im Chat geschrieben, ja, was ist, wenn die Rückkehr von Nika enthüllt wird? Ja, dann wird wahrscheinlich 99% der ganzen Welt, die diese Aufnahme mitbekommen, sich denken, das gleiche, was Raffi sich gedacht hat, als er den Namen das erste Mal gehört hat. Wer ist Nika? Die Existenz von Nika wurde ja komplett aus den Geschichtsbüchern getilgt. Keiner kennt Nika vom Namen her. Auch wir kannten den Namen Nika nicht, bevor Whoiswho ihn enthüllt hatte, diesen Namen. Und selbst Raffi kennt den nicht und er ist Nika. Also, die meisten Leute werden dann sagen, okay, Vegapunk, Nika ist zurück. Und da sind wir auch an einem Punkt. Selbst Vegapunk wusste ja nicht, dass Nika zurückgekehrt ist. Er hat sich ja selbst auf Eckert Island in diesem Arc davon überzeugt, dass Nika zurückgekehrt ist. Wenn das wirklich eine Aufnahme ist, die Vegapunk gemacht hat, dann wird die höchstwahrscheinlich vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten oder vielleicht vor ein paar Stunden passiert sein, im besten Falle. Aber wird wahrscheinlich nichts über Nika enthalten. Also, schwierig. Schwierig. Ich glaube, es würde niemandem was bringen und es wäre auch für uns dann genauso, wie Imusama existiert oder die Welt ist nicht die Zukunft, sondern die Vergangenheit etc. kein wirklicher Mindblown. Und es wäre eigentlich nur eine große Enttäuschung für die meisten. Welche Auswirkungen wird Stellas Tod auf die anderen Vegapunks und Punk Records haben? Werden Sie es überhaupt merken? Ja, eine Frage, eine wiederkehrende Frage, die häufig gestellt wurde. Ja, im Grunde dürfte eigentlich gar nichts passieren. Denn die anderen Satelliten, mal Chaka und Pythagoras rausgenommen, weil die sind tot, sind ja alles Individuum. Sie sind zwar Klone, aber sie haben ja ihr eigenes Leben. Und der Klon stirbt ja nicht, wenn das Original stirbt. Warum sollte auch ein Klon sterben, wenn das Original stirbt? Ich meine, das haben wir doch eigentlich perfekt in Star Wars gesehen, dass Jango Fett ermordet wurde von Mace Windu und die ganzen Klone, die auf ihm basieren, halt weitergelebt haben. Einfach so, als wäre nichts gewesen und genauso wird es halt sein. Punk Records? Vielleicht wird der Zugang gesperrt zu den Punk Records, weil halt die Gehirnfrucht in dem Sinne nicht mehr vorhanden ist. Denn jetzt Vegapunk wirklich gestorben ist, dürfte ja diese Frucht irgendwo auf der Welt wieder neu entstehen. Ob wir sie nochmal wiedersehen, ist eine andere Frage, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil es hat bisher zu keinem anderen Charakter gepasst. Kann natürlich sein, dass die Satelliten ebenfalls durch das grüne Blut, die Gehirnfrucht des Herne Paramezia, ebenfalls diese Teufelsfrucht haben und das im Grunde das große Geheimnis war, wie sie mit den Punk Records verbunden waren und wie sie sich synchronisieren konnten. Dann können sie auch weiterhin auf die Punk Records zugreifen und da würde sich auch nichts ändern. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Punk Records dann explodieren. Dann werden sie ja vielleicht sogar in dem Moment schon explodiert oder sich abschalten, was halt auch nicht passiert ist. Es ist halt eigentlich im Grunde nur eine große Datenbank, die da angelegt wurde mit abgeschnittenen Gehirnen von Vegapunk, die aber ja scheinbar nicht verschwinden und mit dem Verlust der Teufelsfrucht wahrscheinlich auch nicht verschwinden. Wir haben viele Teufelsfrüchte, die ihre Wirkung verlieren nach dem Tod des Anwenders. Ja, aber wir haben auch einige Teufelsfrüchte, wo das eben nicht der Fall ist. Das beste Beispiel ist immer noch die Operationsfrucht von Law, denn mit dieser kann man ja die Operation der ewigen Jugend durchführen und es wäre ja Quatsch, weil dadurch ja der Anwender stirbt, wenn diese Operation dann auch wieder verschwinden würde. Dann hätte man nur erreicht, dass dieser Chirurg sich selbst umbringt. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Und auch Boa Hancock hat uns erst vor kurzem erklärt, dass ihre Kräfte nicht unwirksam werden, wenn sie stirbt. Und schon gar nicht kann das ein neuer Besitzer umgekehrt machen, weil das kann nur sie umgekehrt machen. Das ist auch beim Snake so, die ja mit dem grünen Blut dieselbe Teufelsfrucht hat wie Boa Hancock. Auch sie war es, die halt die ganzen Versteinerungen wieder rückgängig machen musste. Da gab es ja auch schon so Theorien, ja, Boa Hancock taucht auf und dann funktioniert das schon irgendwie. Nein, man hat sich streng an diese Regeln gehalten im Manga. Also ja, ich glaube weiterhin, dass das keine Auswirkungen haben wird. Ich kann mir froh sein, äh, vorstellen, die Satelliten werden nicht begeistert sein davon, dass der Stella getötet worden ist. Ähm, vielleicht außer York. Die wird sich kaputt lachen. Aber ansonsten wird das keine großen Auswirkungen haben. Zumindest nicht körperlich in dem Sinne halt vielleicht eher auf die Psyche gehen, gell, weil es ja dann schon ein Verlust. Enrico hat gefragt, Falls die Nachricht von Vegapunk abgefangen, gestört wird oder so ähnlich, meinst du morgens veröffentlicht das in seiner Zeitung, da er ja, glaube ich, heimlich alles mithört? Also ja, unabhängig, ob das jetzt abgefangen wird oder gestört wird, ich glaube, morgens wird ein Zeitungsartikel machen. Ob da die komplette Wahrheit drin steht, vor allem wenn die Aussagen noch gestört werden oder so, ist wieder ein anderes, äh, ähm, Thema. Ja, wir wissen ja, dass Morgens nicht so unbedingt die Wahrheit erzählt. Der macht ganz gern Clickbait. Er ist der größte Clickbaiter in One Piece, weil er will ja seine Zeitungen verkaufen und er will sich ja auch gutstellen mit der Marine, äh, beziehungsweise der Weltregierung. Marine ist ihm vielleicht auch sogar egal. Ähm, das heißt, was in der Zeitung steht, wird wahrscheinlich nicht das sein, was Vegapunk dann wirklich sagen wollte. Natürlich, wenn Vegapunk, äh, nicht unterbrochen wird und das ganze Geheimnis geht um die Welt, wovon ich ausgehe, weil sie wird ja schockiert sein, das hat mich bei dieser ganzen Idee, dass, ähm, Morgens darüber berichtet, auch nie so wirklich gefallen, weil ich, wie ich schon erklärt, eben gerade, er nicht so wirklich der ehrlichste Typ ist, wenn es um seine Schlagzeilen geht. Ja, da hätten wir vielleicht etwas gehabt, was die Welt schockiert hätte, aber halt vielleicht nicht gestimmt hätte. Jetzt müssen wir halt abwarten, ob, ähm, Vegapunks Nachricht durchgeht. Weil, wenn sie durchgeht und die ganze Welt bekommt es mit, muss er natürlich das Gleiche in die Zeitung schreiben. Wenn es unterbrochen wird, nur die Hälfte rüberkommt, dann kann er schreiben, was er möchte, im Grunde. Ähm, Tobias hat ein paar Fragen gestellt und, äh, durch Superthanks zwei Euro gespendet. Vielen, vielen Dank für den Support. Umai, mein Freund. Denkst du, Frankie hätte den Vize-Admiral abwehren können, wenn die Riesen nicht geholfen hätten? Ähm, ja, aber nicht in dieser Situation, weil er wurde ja von hinten angegriffen und auf seinem Rücken saß noch Joey Lee Bonney. Ähm, also er hatte also absolut den Nachteil in dieser Situation. Ähm, deswegen, ja, hätte wahrscheinlich Frankie gar nichts gehabt, aber Joey Lee Bonney hätte es halt abbekommen, weil sie war ja das Ziel in dem Moment. Ähm, hätte er natürlich ihm gegenüber gestanden, hätte ich mir schon denken können, dass Frankie da mithalten kann mit einem Vize-Admiral. Ohne Frage. Ähm, Wem würde die Welt eher glauben? Vegapunk oder der Weltregierung? Ich glaube, beide in gewisser Weise. Ja, also die Weltregierung als Weltregierung und als höchste Autorität in der Welt hat natürlich auch ein gewisses, äh, Stellenwert. Wenn die was sagen, gehen natürlich die Welt davon aus, es stimmt. Vegapunk ist aber halt eine sehr wichtige Persönlichkeit in der Welt, also würde ich sagen, auch er ist ziemlich glaubwürdig, weil die Welt ihn ja liebt. Das wurde uns ja auch, äh, äh, suggeriert, ja, dass er das Licht in alle Häuser gebracht hat und super beliebt ist, den kannst du nicht einfach umbringen. Äh, von daher, ich würde mal sagen, gleichwertig. Aber durch die Aussagen von Vegapunk kann natürlich die Reputation von der Weltregierung, äh, angekratzt werden und dann denken sich die Leute vielleicht, hm, wenn Vegapunk uns das erzählt, ja, vielleicht ist die Weltregierung doch nicht so ehrlich zu uns und, äh, treibt da ganz finstere Dinge, aber wir müssen natürlich auch abwarten, was in der Rede gesagt wird. Denkst du, Boogie und Woogie werden Ruffy im Kampf unterstützen? Ja, davon ist ja auszugehen, sie wollen ja in die Mitte und wenn es halt nur dafür sorgt, kurz das Momentum zu haben, damit Ruffy dort auch, äh, verschwinden kann und die halt erstmal so weit abgeblockt sind, dass sie Ruffy nicht mehr verfolgen können. Ähm, es geht ja jetzt auch zum Ende zu. Ich glaube jetzt zwar, dass Ruffy die beiden aufhalten kann, aber auf lange Sicht wird er nicht gegen beide kämpfen können, das wäre ja auch ein bisschen übertrieben. Ähm, die beiden werden ja auch versuchen, was sie können, aber Ruffy wird natürlich sein Bestes geben, damit sie jetzt halt Sanji und Vegapunk, der ja höchstwahrscheinlich tot ist, trotzdem nicht verfolgen können. Aber vielleicht wird der Kampf auch so ein bisschen unterbrochen, weil die Übertragung stattfindet und alle abgelenkt sind. Denkst du, wir sehen noch, wie die Blackbeard-Piraten Karibu mitnehmen? Ja, das kann tatsächlich passieren, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, es kann sein, dass wir sie jetzt nie wiedersehen, bis wir sie dann irgendwann auf Hashinoso, auf der Pirateninsel wiedersehen, mit Karibu zum Beispiel. Ähm, aber wie ich auch vorhin schon gesagt habe, hey, vielleicht entsteht nochmal eine Situation und Katharina DeVore kann auch Ruffy berühren, kann ich mir auch vorstellen, dass sie, äh, dass wir sie dann nochmal sehen, ähm, in der ganzen Geschichte und halt, dass vielleicht auch der Grund ist, warum sie nicht direkt gesagt haben, let's go Karibu, springe aufs Schiff, du bist unser neuer Kumpel, wir gehen jetzt zur Pirateninsel und machen, äh, ein großes Jambalaya mit, äh, Commodore Blackbeard. Vielleicht ist das so ein bisschen der Grund, dass sie, äh, hier an der Stelle ein bisschen misstrauisch sind und dass sich so ein bisschen in die Länge zieht. Denkst du, Kizaru wird nach dem Ark degradiert? Eigentlich nicht. Wurde ja bisher noch nie einer degradiert, ähm, für das, also ich meine, was soll der denn tun in seiner Situation? Hat ja alle Befehle befolgt. Also, wenn man degradiert ist, dann muss man ja, ich sag mal, einen schweren Vorwurf sich, äh, gefallen lassen. Es könnte natürlich sein, hier, Saturn wurde getötet, er hat ihn nicht beschützt, aber ich glaube nicht, dass es dazu kommt, zumindest nicht an diesem Punkt der Geschichte. ähm, und er hat nie auch nur wirklich, Verrat begangen, was ja viele wollten und viele schon für safe gehalten haben. Ähm, kann natürlich immer noch passieren. Jeden Moment wird er den Verrat begehen. Ähm, also ich sehe eigentlich keinen Grund, dass er degradiert wird. Vielleicht tritt er selbst aus der Marine aus. Das kann natürlich sein, dass er sagt, hey, ich hab meinen Job erledigt, aber diesen Job, den find ich nicht mehr cool. Hast mich gesehen, Akainu, mach deinen Blödsinn alleine und arbeite weiter für die Weltregierung. Ich, äh, quittiere meinen Dienst. Richtig, Full Body wurde degradiert, aber das hat da auch seine Gründe, warum Full Body degradiert wurde. Ähm, ist ein Thema. Son Goku hat ein paar Fragen gestellt. Denkst du, wir bekommen einen Flashback vom leeren Jahrhundert, falls Vegapunk den Namen des antiken Königreichs enthüllt? Ähm, nein. Glaube nicht, dass wir etwas vom leeren Jahrhundert erfahren. Schon gar nicht in einem Flashback, außer Vegapunk droppt es. Aber da sind wir natürlich wieder bei der Frage, woher weiß Vegapunk etwas über das leere Jahrhundert? Denn ich glaube immer noch nicht, dass Vegapunk in der Lage ist, die Pornoklüfe zu lesen. Gut, auszuschließen ist es nicht. Er ist ein genialer Wissenschaftler. Warum soll er es nicht rausgefunden haben? Nico Robin hat es sich ja auch selbst beigebracht. Ähm, aber wie soll er an vielen Pornoklüfen herangekommen sein? Außer vielleicht an dem von O'Hara. und auch das steht so ein bisschen auf der Kippe, ob er daran rankam. Also, weiß er vielleicht gar nicht so viel über das leere Jahrhundert, außer was er mehr oder weniger so rausgefunden hat, als er diesen antiken heisernen Riesen untersucht hat, dass die Zivilisation damals viel höher entwickelt war. Aber dann ist es genau diese Information, die er halt eben hat und sonst halt nicht viel weiteres. Kann natürlich schon erklärt werden, das heißt, okay, Vegapunk weiß ein bisschen was und dann erzählt er es uns direkt, aber auch dann, wenn wir vielleicht eher so Schaubilder sehen, so wie wenn wir Silhouetten immer sehen, wenn ein Charakter erklärt wird, hier so, hier, die Rockspiraten damals zum Beispiel, ähm, als halt weniger, dass wir einen wirklichen Flashback bekommen, wie die Leute damals wirklich gelebt haben. Also, da kann das eigentlich wahrscheinlich nur Robin erzählen. Wie wird Saturn reagieren? Wird er versuchen, es zu verhindern, dass Vegapunk die Wahrheit allen Leuten erzählt? Ich denke, das wäre so seine erste Handlung, die er durchführen möchte, dass er halt verhindert, was Vegapunk der Welt zu erzählen hat, weil er wahrscheinlich auch besser weiß als wir, was das eventuell sein könnte. Ähm, also ja, er wird es versuchen. Ob er dazu kommt, ist eine andere Sache, weil es ist halt noch ein Ruffy, der ihm im Weg steht gerade. Aber kann ja sein, dass er Befehl an die Marine gibt und dann auf einmal alle Marineschiffe oben auf die Laborphase feuern oder so. Also er muss reagieren, wenn er es mitbekommt. Äh, bekommen wir einen Schwenker, äh, um Rest der Welt werden wir Dragon wieder zu Gesicht bekommen? Möglich? Also Schwenker um die Welt schließe ich wirklich nicht aus im nächsten Kapitel. Ähm, kann ja sein, dass wir, ich glaube, ich habe es schon erklärt, diese ganzen Leinwände sehen, die dann plötzlich anspringen und überall reagieren die Leute, dass auf einmal Vegapunk irgendetwas sagen möchte. Aber es kann ja passieren, dass es im nächsten Kapitel noch nicht der Fall ist. Ähm, aber wir sehen dann verschiedene Orte, ja, Water 7 vielleicht, Dressrosa, Fischmenscheninsel, ähm, halt so die üblichen Verdächtigen, sage ich mal so. Vielleicht sogar Shanks und vielleicht sogar Blackbeard, ähm, aber ich denke mal, eher die Königreiche werden da so ein bisschen interessiert sein. Wird Kizaru sich gegen Saturn stellen? Jeden Moment. Hahaha. Wenn er durch Vegapunk die Wahrheit erfährt, wird er es zum Bruch zwischen der Marine und der Weltregierung kommen. Ähm, also ja, klar, die Marine könnte Zweifel an der Weltregierung bekommen, hat sie wahrscheinlich sowieso schon, also das schließe ich aus. Kizaru, ich sag mal so, und vielleicht sehe ich das nur so und andere sehen das nicht so, aber ihr könnt mir das ja gerne in die Kommentare, äh, später schreiben. Kizaru hat doch genug Gründe, jetzt einen Verrat zu begehen, oder? Sich gegen Saturn zu stellen. Also, wie lange hat er schon diese guten Gründe dafür? Zeitgefühl 10 Kapitel? Zeit 20 Kapitel? Zeit 30 Kapitel? Gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ihr versteht was ich meine, also, braucht dieser Mann noch einen Grund? Und er hat persönliche Gründe, also das wären nicht mal allgemeine Gründe, dass er auf einmal plötzlich sagt, oha, was der Vegapunk sagt, die Weltregierung sind die Bösen, was er tun hat, so hätte ich dich nicht eingeschätzt, nachdem er den Befehl bekommen hat, seine Freunde zu töten. Versteht ihr? Also, ich glaube, das wiegt, das Persönliche wiegt dann im Allgemeinen ein bisschen höher. Und was ich mir wieder die Frage stelle, und da hat wieder keiner drüber geredet. Selbst ich habe es mittlerweile vergessen. Was ist eigentlich mit Sentomaru? Der liegt immer noch irgendwo da rum. Den hat keiner mitgenommen mal wieder. Ich hoffe, die Riesen nehmen Sentomaru mit. Sentomaru muss mal mitgenommen werden. Kannst du nicht da rumliegen lassen. Ist doch kein gebrauchtes Handtuk, das du in die Ecke wirfst. Herrje. Ja, vielleicht dem Kisaruin mit. Werden wir über den Clan der D erfahren, wer sie waren und was das D zu bedeuten hat, wäre vielleicht zu speziell. Weil da hat jetzt auch Vegapunk selbst noch nicht irgendwie was erwähnt, dass er da das Geheimnis wüsste. Und dann wüsste er wahrscheinlich auch mehr als Nico Robin. Weil Nico Robin hat ja selbst nach dem Clan der D gefragt auf Alabaster zu Ruffy. und sie hat sich auch noch mal mit Trafalgar Law unterhalten auf Wano Kuni über den Clan der D und wusste auch noch nicht die Antwort. Aber Vegapunk soll sie jetzt plötzlich wissen? Weiß nicht. Weiß nicht. Also ich habe ja so ein bisschen die Theorie, dass der Name des antiken Königreichs auch mit D anfängt und dafür der Clan der D steht. Aber auf der anderen Seite habe ich auch vorhin gesagt, Nico Robin müsste den Namen des antiken Königreichs wissen. Und wenn der mit D anfängt, hat sie mit Sicherheit auch schon darüber nachgedacht. Moment, das antike Königreich, das hieß Duisburg, Dortmund, Düsseldorf, vielleicht Monkey, Düsseldorf, Ruffy. Also ihr versteht, was ich meine. Natürlich werden das nicht die Namen sein. Hey, es wäre ja schlimm. Ich weiß, es würde sich so schlimm anhören. Aber, na, weiß nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen auf jeden Fall. Nicht ausschließen. Ich weiß jetzt selber nicht, was er sagen wird, aber eher unwahrscheinlich. Wird Kuma noch in diesem Arc sterben bei dem Versuch, Bonnie zu retten vor dem Vize-Admirälen? Ich glaube nicht, dass die Vize-Admiräle jetzt noch eine Chance haben, Bonnie sich zu schnappen. Die ist jetzt mittlerweile bei den Riesen. Ich glaube, die haben keinen Bock jetzt noch gegen die Riesen zu kämpfen. Ja, gut, kann natürlich sein, hier Bluegrass und Dole, die sind ja mit dem Seeungeheuer-Waffe unterwegs und die werden wahrscheinlich nicht den Landgang nehmen, sondern um die Insel schnell rumdüsen und wollen auch die Riesen abfangen. Aber dann wäre doch auch ihr Ziel Jolie, Bonnie und weniger Kuma. Aber ja gut, du hast ja auch geschrieben, jetzt hier an der Stelle, Kuma wird sich nochmal für Bonnie opfern. Aber, und da sind wir an dem Punkt, wenn es Saturn nicht geschafft hat, ihn zu töten, ich glaube nicht, dass Bluegrass und Dole es schaffen können, ihn zu töten. Vor allem, weil da ja auch noch sehr viele Riesen sind. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Weil, stellen wir uns vor, hier so riesig ist das Schiff der Riesen und da unten ist dann diese kleine Seeungeheuer-Waffe. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass da eine gute Möglichkeit besteht. Also, die sind eigentlich gut in Sicherheit. Andreas hat gefragt, wie viele Chapter denkst du, hat der Eckhardt-Island-Ark noch? Die klassische Schätzfrage. Wie rankst du diesen Arc im Vergleich zu den anderen Post-Time-Skips-Arks? Was denkst du, wird der übernächste Arc werden? Also, erstmal, es ist ein sehr, sehr guter Arc. Also, man kann schon von einem S-Ark hier rechnen. Im Vergleich zu den anderen Arks müsste man länger drüber nachdenken, an der Stelle. Aber, auch wegen der Kürze und darin liegt die Würze und Wano Kuni war halt einfach erschreckend viel zu lang, dürfte man der Eckhardt-Island-Ark schon der beste Arc in diesem Szenario sein. Also, ich habe auch gestern mal so drüber nachgedacht, da ich auch ein paar andere Manga-Kapitel gelesen habe. Zurückblickend, Ruffy gegen Kaido war vielleicht nicht der beste Kampf. Na gut, liegt im Auge, das betracht das. Wenn ich aber an die Top-Kämpfe, wo man heiß erwartet hat, in Jujutsu Kaisen und Mahiro Academia jetzt gerade denke, also, einer ist ja schon ein bisschen vorbei, der andere ist gerade so im Gange, dann war Ruffy gegen Kaido eigentlich schon ein richtig geiler Kampf. Also, die sind wirklich nicht so gut, wie man das erhofft hat vielleicht. Aber ich hoffe, das wurde jetzt so gut durch die Blume gesagt, dass ihr vielleicht versteht, was ich meine, aber nicht gespoilert werdet. Schwierig. Wie viele Kapitel hat Eckhardt-Island noch? Ich kann nur das Gleiche sagen, was ich fast jede Woche sage, kann jetzt ganz schnell vorbei sein. Vielleicht immer noch Kapitel 1111, der letzte Kapitel in dem Arc mit der Enthüllung von Vegapunk und alle anderen sind währenddessen schon auf der Flucht. Oder das könnte schon das erste Kapitel im Elbaf-Arc sein, der jetzt, also ich sag mal, der ist so 99,5% safe, gerade weil die Riesen da sind und warum sollen die irgendwo anders hinfahren als nach Elbaf. Aber was könnte der Arc danach sein? Schwierig. Da möchte ich gar nicht spekulieren, weil es kommt stark darauf an, was in Elbaf passiert. Ob wir da schon auf den Mann mit der Brandnarbe stoßen? Wenn ja, haben wir das vierte Role-Pornoclyph, dann könnte der übernächste Arc tatsächlich schon Laugh-Tail sein. Vielleicht entwickelt sich die Geschichte so, dass man nochmal zur Pirateninsel muss, auch weil vielleicht Blackbeard mittlerweile den Mann mit der Brandnarbe gefunden hat und das letzte Role-Pornoclyph hat und man muss nochmal gar brechen. Ich habe ja in der Review auch angesprochen und in der Live-Reaction habe ich es auch getan. Dadurch, dass Vegapunk jetzt von hinten erstochen wurde und sehr wahrscheinlich tot ist, haben wir hier ein Muster, das sich entwickelt hat bei den drei klassischen Admirälen. Akainu, damals noch Admiral, mit seiner Feuer-Magma-Faust durch, Ace von hinten durch den Oberkörper, Ace tot. Kizaru mit seinem Lichtschwert von hinten durch den Oberkörper von Vegapunk, tot. Kizaru mit seinem Eis-Zapfen von hinten durch den Oberkörper von Vegapunk, Fragezeichen. Ich habe auch nochmal speziell nachgeguckt bei Ryokyu, Aramaki, aber er hat King von vorne angegriffen mit hier so seinen Tentakeln zum Aussaugen, also King vielleicht noch safe, Vegap vielleicht weniger, aber vielleicht kann sich da noch was entwickeln, aber der übernächste Arc könnte theoretisch schon der Love-Tail-Arc sein, wenn nichts mehr dazwischen kommt und wir natürlich das vierte Rope-Pornoclyph finden. Die nächste Frage von Brandtour. Was glaubst du, in welcher Form Boogie und Boogie im aktuellen Kampfgeschehen Unterstützung leisten? Greifen sie aktiv in den Kampf gegen Saturn und Kizaru ein? Ich gehe mal davon aus, dass sie da etwas tun werden. Ruffy sich dann freut, weil der weiß ja wahrscheinlich noch nicht, dass sie dort sind und ihm dann halt quasi eine Lücke bieten, ein Momentum bieten, wo er auch die Flucht antreten kann, weil, wie gesagt, Ruffy hat ja kein Interesse jetzt hier Saturn totzuschlagen oder Kizaru totzuschlagen. Das, was er jetzt gerade tut, ist sie aufzuhalten, dass er halt nicht hinter Vegapunk und Sanji her sind und wenn er das Ziel erreicht hat und wenn er dann noch Schützenhilfe bekommt von Boogie und Boogie, ja, was soll er dann tun? Nutzt er halt das, was er die ganze Zeit vorhatte, nämlich zu fliehen. Ja, ich glaube, er würde sich auch freuen, wenn er gerade mit denen mitsegeln darf. Son Goku hat noch ein paar Fragen gestellt. Wird man nach den Infos von Vegapunk die Reaktionen vieler krasser Charaktere und Königreiche sehen? Hoffen wir es mal, also wäre zu erwarten. Das ist gerade so eine Information, wo wir das sehen könnten. Vielleicht sehen wir auch die Reaktion vor der Nachricht und die Reaktion nach der Nachricht. War ja jetzt gerade auch so ein bisschen die Idee, wie das weitergehen können. Werden wir Imusama sehen? Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass er das mitbekommt und dann auch seine Reaktion zeigt. Wir sehen mal wieder sein Auge in Großformat. Kann ich mir gut vorstellen. Er steht irgendwo, sieht das und dann Auge im Großformat und vielleicht ist das der Moment, wo Imusama sagt, wir müssen diese Übertragung stoppen. Ich habe da so eine Superwaffe und ich habe noch eine Mother Flame übrig. Let's go. Schickt die mal kurz dahin, damit die ganze Insel weggeblasen wird, damit diese Übertragung nie existiert hat. Es könnte wirklich dieser Moment sein, aber dazu müssen natürlich viele Dominosteine hintereinander fallen und zwar die Superwaffe muss in der Nähe sein, sie müssen noch eine Mother Flame haben und sie müssen sehr schnell reagieren. Könnte der antike Riesenroboter in den nächsten Kapiteln auf dem Schlachtfeld auftauchen? Ich glaube nicht. Also mittlerweile habe ich da so ein bisschen meine Hoffnung verloren. Der liegt halt auch nicht ohne Grund auf dem Schrottplatz, das dürfen wir nicht vergessen. Der kann sich vielleicht gar nicht bewegen, der wird aktiviert durch die Trommeln der Befreiung. Die könnten vielleicht auch im nächsten Kapitel schon zu Ende sein. Wenn die Riesen kommen und Ruffy tritt die Flucht an, ist er wahrscheinlich wieder der normale Ruffy, weil ihm dann ja auch irgendwann mal die Energie ausgehen muss. Ist halt ein Thema bei Gear 5 und dann wird er schon wieder deaktiviert, sofern der überhaupt noch aktiv ist, weil der geht ja nur kurz an. Wie quasi so ein Wecker, den man auf Schlummern stellt und immer wenn die Trommeln zu hören sind, geht er wieder an. Weiß ich nicht. Liegt darum, vielleicht ist das so eine Information, die jetzt gar nicht so wichtig ist, aber später sehr wichtig werden kann, wenn wir vielleicht auf einen intakten eisernen Riesen treffen werden. Zeit Magellan ist Ruffy gegen Gift immun. Ich komme gleich drauf. Denkst du, dass Saturns Gift Ruffy nichts ausmachen wird oder hat er einen anderen Typ Gift. Ich würde, also erstmal, Ruffy ist nicht gegen jedes Gift immun. Er hat sich selbst eine Lebensmittelvergiftung zugezogen, beziehungsweise das Gift von einem Fisch hat ihm ja was ausgemacht, dann musste Raichu kommen, das Gift aussaugen, sie kann das ja, ist ein Thema. Das heißt, Ruffy ist nicht gegen alle Gifte immun. Meine Theorie ist, Ruffy ist gegen Gifte, die von Teufelsfrüchten kommen immun. Die Giftfrucht von Magellan, die Gasfrucht mit dem Giftgas von Caesar Crone hat ihm auch nichts ausgemacht. Jetzt haben wir wieder ein Gift, was im Grunde, ja ich weiß, viele glauben noch nicht dran, dass es eine Teufelsfrucht ist. Ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass es eine Teufelsfrucht ist, gerade weil wir jetzt auch die drei Formen einer Sohan gesehen haben. Wenn es auch Teufelsfruchtgift ist und diese Theorie aufgeht, dann glaube ich auch, dass Ruffy dagegen immun ist, aber er wurde ja sowieso nicht getroffen. Also es wurde im Grunde eigentlich gar keiner getroffen. Mal gucken. Vielleicht passiert es ja noch und dann haben wir diesen Moment, Haha, du bist jetzt vergiftet, ich habe dich berührt und Ruffy denkt sich halt, ja, aber es könnte ja trotzdem noch ätzend sein. So hohes Gift ist ja scheinbar ätzend in One Piece, aber das ist ja in vielen Serien so. Der wunderliche Wanderer hat gefragt, die Erste zu Dr. Vegapunk, verfügt er über besondere kämpferische Fähigkeiten? Vielleicht unsterblich, denn er hat von zwei der stärksten Charaktere in One Piece Attacken abbekommen und scheint es noch zu überleben. Klar, Oda lässt nicht gerne jemanden sterben, aber das hätte man auch charmanter lösen können, oder ja, definitiv. Ob er das überlebt hat, steht auf einem anderen Blatt Papier, wie gesagt, zu 99% ist er wahrscheinlich tot. Also es macht halt Sinn, die ganze Aufbau und so. Er hat gelächelt am Ende, wir sehen das EKG, die Nachricht wird abgespielt, ich gehe stark davon aus, er wird tot sein. Hat er besondere kämpferische Fähigkeiten? Nein, absolut nicht. Er hat es auch öfters gesagt, er ist kein Kämpfer. Er kämpft nicht, er macht das nicht. Also ich glaube auch nicht, dass er sich unsterblich gemacht hat. Vielleicht hat er sich teilweise zum Cyborg umbauen lassen und deswegen konnte er die erste Attacke noch wegstecken, aber die war ja eigentlich quasi auch schon ein Todesurteil, diese erste Attacke. Ist so ein Thema. Glaubst du, die letzte Sache, die Vegafunk beschützen muss, ist eine Erinnerungstatze aus dem alten Eisengolem? Ist, falls das für Kuma möglich war, ähm, nee, das wäre jetzt teilweise ein bisschen zu random, wenn auf einmal noch eine weitere Erinnerungstatze existiert und die aus dem Eisengolem war, weil dieser Eisengolem wurde null Komma nix irgendwie thematisiert, gerade von Vegapunk nicht, außer dass der wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen die Blaupause für den Vegaforce 1 war und Kuman eigentlich nur seine eigenen Erinnerungen rausgeholt hat. Also nein, also da fehlt uns viel, viel, viel zu viel Kontext und damit sind wir zu weit im Reich der Spekulationen, äh, dass wir da hingehen können. Also weiß ich nicht, was er beschützen will, Vegapunk, das ist etwas, was ich noch komisch finde, aber vielleicht ist es so, diese letzte Aufnahme, damit die halt irgendwie abgespielt wird, äh, halt das Geheimnis, was er noch hat, äh, was er gegen die Weltregierung einsetzen kann, ich gehe mal stark drauf aus, es wird gegen die Weltregierung sein, unabhängig was es ist, ähm, vielleicht weiß ich nicht, keine Ahnung, also, schwierig zu sagen. Äh, gehen wir weiter mit dem wunderlichen Wanderer und mal eine generelle Frage, wie gefährlich können die Gorosei noch sein, wenn Ruffy solch eine Übermacht ist, oder ist Saturn vielleicht der klar schwächste von den fünf, können die heiligen Ritter auftauchen, die vielleicht auch, was Ruffy entgegen zu hätten haben, also, ja, die könnten noch auftauchen, vielleicht einen halben Tag später, wenn alle weg sind, also, ja, da sind wir wieder an dem Punkt, wir sind eigentlich am Scheitelpunkt dieses ganzen Arks, die Flucht ist eigentlich im Grunde in den nächsten Minuten, ich glaube, in der nächsten Stunde wird wahrscheinlich die Flucht abgehandelt werden, wenn jetzt noch Holy Knights ausgesendet werden, werden die wahrscheinlich auch erstmal eine Zeit lang brauchen, da hinzukommen und, äh, vielleicht am Ende auch noch auszuräumen, wie eben mit der Superwaffe erklärt, da muss auch gestattet sein, dass die in der Nähe ist, damit die schnell genug reagieren kann, kann natürlich vor einigen Kapiteln schon losgeschickt worden sein, weil sie schon sowas im Urin hatten, dass da, äh, Saturn scheitern wird, wie gefährlich sind die Gorosei? Sehr gefährlich, ich halte die für sehr, sehr stark, aber Ruffy ist halt ein Kaiser, das ist halt ein Kaiser, das ist der Punkt, den ich auch seit Jahren schon immer wieder sage, es gibt einen Grund, warum diese Kaiser nicht angegriffen werden, von der Marine, von der Weltregierung und nicht, weil sie sich denken, yo, let's go, wir haben ja unsere Vorteile davon, klar haben sie die auch, aber, weil sie denen nichts entgegensetzen können. Aramaki hat's ja auch gesagt, am Ende vom Wano Kuni-Arg, ja, Kaido war das Abschreckungsmittel, jetzt ist der nicht mehr da, jetzt können wir Wano Kuni angreifen, da haben wir gar keine Angst mehr davor, ja, Shanks, sofern es Shanks war, bei den Gorosei, hat man gesagt, ja, weil du es bist, weil du ein Kaiser bist, mach mal bitte keinen Stress hier in Mary Joa, wir haben gerade Riberie, wir hören dir zu, wir wollen ganz friedlich mit dir reden, also, es ist ein Muster, das sich durch One Piece zählt, dass diese Kaiser halt einfach krass drauf sind. Und Ruffy ist jetzt halt ein Kaiser und lässt jetzt halt auch hin und wieder mal raushängen, dass er eben auf diesem Level ist, wie ein Kaiser. Klar, ich meine, nach dem Arc, wir sind fast am Ende, er muss ja, er wird nicht mehr so viele Power-Ups bekommen, wahrscheinlich ist das schon das letzte Power-Up, er muss es nur noch wirklich unter Kontrolle bringen, dass er halt auch mit den anderen Kaisern, also eigentlich nur Shanks und Blackbeard, noch mithalten kann. Also, das, was Ruffy gerade abzieht, das hätte ich auch einem Kaido, einer Big Mom oder einem Whitebeard zugetraut, ohne Frage. Wir haben ja gesehen, was Whitebeard gegen die Admirele gemacht hat, also, die hatten Probleme mit dem. Ich würde jetzt auch nicht einschätzen, dass Saturn der Schwächste ist, wir müssen halt einfach uns damit abfinden, ein Gorosei ist halt wahrscheinlich einfach nicht so stark wie ein Kaiser. Sonst hätte der wahrscheinlich auch nicht einen Admiral mitgenommen, sondern hätte gesagt, jo, ich mache jetzt kurz und knapp Ende. Aber das hat er ja auch nicht hinbekommen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Am Ende ist aber auch natürlich die ganze Situation, das Momentum ist gerade auf Ruffys Seite. Ich habe es am Anfang dieses Streams auch erklärt, wie lange wird Ruffy gegen zwei krasse Kaliber, die sie ja trotzdem sind, unabhängig vom Kaiser-Level, wie lange wird er denen standhalten kann? Ja, wahrscheinlich ein paar Minuten oder sonst irgendwas, wo er die dominieren kann, aber das reicht ihm ja schon. Dann sind Boogie und Boogie da, die Flucht ist wahrscheinlich in greifbarer Nähe und dann wird er wahrscheinlich die Flucht auch antreten. Also ja, es ist halt wie immer dieses Power-Scaling und jeder hat da seine eigene Meinung. Das ist meine Meinung. Ihr könnt sie akzeptieren, ihr könnt vollkommen dagegen sein und anderer Meinung sein, aber das ist halt bei Power-Scaling halt immer so. Ja, wahrscheinlich hat keiner recht, aber jeder hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und glaubt, er hat recht. Ja, was da schon Diskussionen ausgebrochen sind und Anfeindungen passiert sind, hey, am Ende, wir werden auch sehen, wie es rauskommt oder so. Ist doch egal, akzeptieren wir doch einfach die Meinung der anderen, wenn es um Power-Scaling geht. Und zu guter Letzt, dass ich das fragen muss, habe aber irgendwie eine Logiklücke. Sollte man Logia-Typen ohne Haki nicht berühren können, Ruffy ist gegen Enels Angriffe mehr oder weniger immun gewesen, aber es ändert ja nichts an seiner Logia-Kraft oder bei Sand habe ich das mit Wasser verstanden, weil Sand dadurch fest wird, aber bei Enel oder Magellan oder und oder da könnte Ruffy ihn doch auch berühren, sorry, hoffe, es nervt dich nicht, wenn ich das frage, nö. Ich kann das gerne mal wieder ein bisschen erklären über die Logia-Kräfte, denn die Logia und die Teufelsfrechte und Haki sind ein Thema voller Missverständnisse. Ja, ich weiß auch nicht, wie andere Leute das erklären, aber ich werde es euch nochmal erklären. Also, ein Logia-Nutzer hat den großen Vorteil, dass er seinen eigentlichen Körper verstecken kann. Es gibt eine Möglichkeit, diesen wahren Körper, wie man das so nennt, zu greifen mit Observations-Haki, überraschenderweise nicht mit Rüstungs-Haki, weil man damit halt herausfinden kann, wo der wahre Körper ist und genau diesen wahren Körper greifen kann. So funktionieren die Logia-Kräfte. Sie verstecken ihren wahren Körper irgendwo und deswegen kann Ruffy den zum Beispiel greifen, wenn er dieses Konzept verstanden hat mit seinem Observations-Haki. Spielt mit Sicherheit auch ein bisschen Rüstungs-Haki eine Rolle, aber das ist jetzt keine neue Situation, dass er Kizaru greifen konnte. Schaut euch den Punk-Hazard-Arc nochmal an, er konnte auch Caesar Crone ohne schwarzes Haki greifen, weil er es einfach konnte. Das ist halt diese Möglichkeit, die Haki bietet. Magellan ist übrigens ein Paramezia-Nutzer, das heißt, sein ganzer Körper ist quasi sein wahrer Körper, auch wenn er natürlich umso mehr er von diesem Gift erzeugt, seinen wahren Körper ein bisschen verstecken kann. Pika hat das übrigens mit seiner Steinfrucht ja gerne gemacht, indem er mehr Steine gesammelt hat und sich damit noch größer gemacht hat und Zorro musste überraschenderweise wieder mit Observations-Haki herausfinden, wo sich der wahre Körper befindet und konnte ihn dann halt auch direkt immer wieder angreifen. Das ist ein Punkt. Warum konnte Ruffy Crocodile berühren? Das liegt einfach daran, dass Crocodile die generelle Wasserschwäche hat, auch unabhängig von der normalen Wasserschwäche, hat die Sandfrucht halt bei Berührung mit jeder Flüssigkeit halt dieses Problem. Ruffy zum Beispiel als Paramezia-Nutzer oder so eigentlich jeder andere Teufelsroth-Nutzer kann im Regen ohne Probleme kämpfen. Es ist fallendes Wasser, es gilt nicht als Meer. Stehendes Wasser gilt als Meer. Also so ein Kinderplanschbecken würde halt einen Einfluss auf Teufelsfrüchte haben. Bei der Sandfrucht ist das anders. Regen, eine Dusche oder so beeinflusst halt trotzdem Crocodile und er kann seinen wahren Körper nicht verstecken, deswegen konnte Ruffy ihn angreifen. Bei der Donnerfrucht war es was Besonderes mit der Gummifrucht beziehungsweise der Nika-Frucht, die halt dem Anwender einen Gummikörper verleiht. Das heißt, er war quasi eigentlich isoliert gegen Enel, deswegen hat er ihm keinen Schaden gemacht und er konnte Enel auch angreifen. Das war halt einfach die klassische Schwäche dieser Teufelsfrucht. Bei der Sandfrucht, bei der Donnerfrucht ist ein Thema. Die hat natürlich zum Beispiel eine Gasfrucht jetzt nicht gehabt, da hat man jetzt Haki gehabt und jetzt bei der Lichtfrucht war es natürlich auch in dem Sinne Haki. Das muss nicht zwingend immer schwarz visualisiert sein. Es wurde vor dem Timeskip überhaupt nicht visualisiert an der Stelle. Das heißt, ist okay, wie es gerade aussieht. Es ist völlig okay, mit den Gesetzen von One Piece zu vereinbaren. Ich hoffe, das wurde jetzt soweit verstanden. Ich habe vielleicht ein paar Details, die ich da noch nennen könnte, aber das ist so grob die Sache, wie die Logia-Kräfte und Teufelsrüchte und Haki harmonieren oder disharmonieren in dem Fall vielleicht. Ja, vielleicht braucht man auch so ein bisschen Rüstungshaki, aber ist halt einfach so, du setzt das ein und es muss nicht unbedingt schwarz sein, weil ja nicht das Ziel ist, einen Angriff durchzuführen, sondern halt einfach ihn zu schnappen. Ja, er hat ihn ja nur geschnappt und quetscht ihn halt. Er versucht ihn ja nicht frontal mit einer Bucht, gär, zu treffen. Dann macht Haki vielleicht mehr Sinn. Mal gucken. Vielleicht würde es auch Sinn machen, wenn er jetzt noch Rüstungshaki drüberziehen würde und die Kräfte dadurch verstärken kann, aber scheinbar ist das allein schon von der Größe her, die er gerade hat, unnötig. Ja, und spare in der Zeit, spare an der Kraft. Ja, der Kampf könnte noch ein bisschen länger gehen. Ähm, Seto Kaiba hat gefragt, selbst wenn es Ersatzorgane auf Egghead gibt, Vegafunk Inneres wurde mit dem Laserschwert eigentlich verbrannt, oder? Wie bei Ace damals, daher dürfte er nicht zu retten sein. Naja, unabhängig davon sind die Ersatzorgane immer noch oben in der Laborphase und er liegt irgendwo unten oder wird von Sanji getragen, also so auf die Schnelle funktioniert das nicht. Übrigens wurde auch noch gesagt, ich weiß nicht, ob es noch als Frage kommt, aber ich greife das gerade mal mit auf, dass, äh, Kizaru ja angeblich genau in das Loch gestochen hat von, äh, Saturn und dann die Wunde ausgebrannt hat, damit Vegapunk überlebt. Das glaube ich auch nicht, übrigens, das wäre zu wild, aber die Verräter, Kizaru-Theorien hören einfach nicht auf. Hey, vielleicht ist ja wirklich was dran. In jedem Moment könnte es passieren, ich weiß nicht so wirklich, gell, ist aber meine persönliche Meinung, ob es stimmt, äh, wird, äh, oder uns ja, äh, beweisen. Hier wird jetzt wieder anders argumentiert, dass dadurch halt alles ausgebrannt ist und nichts mehr zu retten ist. Kann ja auch gut sein, kann ja auch gut sein, äh, aber ich gehe auch sowieso davon aus, dass er tot ist, ne, das EKG ist eigentlich schon, ähm, ein guter, ein guter Hinweis darauf. Äh, weshalb sterben die Satelliten nicht, äh, haben wir vorhin eigentlich schon geklärt als Frage, aber ich erkläre es nochmal kurz. Die Satelliten sind alles Klone von Vegapunk. Die Klone sterben nicht, weil das Original stirbt. Warum sollten die sterben? Sie sind individuelle Personen und sie sind alle Vegapunk. Dass sie sich alle mit Vegapunk vorgestellt haben, übrigens glaube ich, hat das nur Lilith und Atlas getan, ich bin Dr. Vegapunk, na, ja, deswegen war man bei Lilith ja so verwirrt, sind eigenständige Personen. Die sind zwar durch die Punk Records und durch ein Synchronsystem natürlich verbunden, aber nicht darauf angewiesen. Also, wenn York aufhört zu essen, können sie selber auch immer noch essen und werden davon satt. Und könnten sich theoretisch vielleicht mit anderen synchronisieren, damit die auch satt werden, aber mehr oder weniger individuelle Charaktere. Die fallen nicht um, weil der Stella stirbt. Warum sollte das auch so sein? Ähm, die zweite Frage von Seto Kaiba. Wir haben ja im Anime gesehen, wie Van Ogre die Kekssoldaten von Cracker besiegte. Ja, Vorsicht, Anime only. Äh, mit einem Schuss. Nun konnte aber Jean Barth die Kugel mit seinem Körper abwehren, vielleicht, äh, ein Bacanier. Ich glaube, auch das haben wir nur im Anime gesehen. Also, das sind zwei Szenen, die Anime only sind. Ähm, und, äh, soweit ich mich an der Anime-Szene erinnern kann, hat auch Jean Barth die nicht so wirklich, äh, verkraftet so gut. Also, wer weiß, vielleicht war die auch nicht mit Haki überzogen und gegen die Kekssoldaten wurde Haki eingesetzt. Aber, dass Jean Barth jetzt deswegen ein Bacanier ist, halte ich ein bisschen für weit gegriffen, gell, aber, hey, vielleicht stimmt's ja, keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht, gell. Wäre mir ein bisschen zu wild, vor allem, weil wir hier über Anime-only-Szenen reden, äh, darüber zu reden, ob Jean Barth ein Bacanier ist. Und, dann ist es ja wieder so ein Punkt, wie bei Kuma, er muss Sklave sein oder tot sein und er war ja kein Sklave davor. Er war ja irgendwie ein bekannter Pirat, der dann versklavt wurde auf Sabaody und dann von Lore befreit wurde und dann wieder Pirat war. Ich glaube, da wäre man wilder hinterher gewesen, wenn, wenn das wirklich, äh, bekannt wäre, dass er ein Bacanier wäre. Man hätte ja irgendwo Blut abgenommen, man wüsste das ja. Koppi hat, äh, ein paar Fragen gestellt und zwei Euro über Superthanks gespendet. Vielen, vielen Dank dafür, Umai, mein Freund. Äh, kommen wir zur ersten Frage, da geht es um Ace, es geht, glaube ich, in beiden um Ace. Ace Vergangenheit steckt voller Überraschungen. Zum Beispiel, als er zum Kommandanten der zweiten Division von Whitebeard befördert wurde, ließ sich kaum erahnen, dass Ace eine derartes Story relevanten Vorgänger gehabt hat wie Kozuki Oden. Auch wurde ihm angeboten, einer der sieben Samurai zu werden, was damals nicht klar war, ist, dass Ace eine Lücke füllen sollte, die er selber verursacht hat. Laut Saturn in Kapitel 1100, Seite 3, hat der Rookie Ace ein ordentliches Chaos hinterlassen, welches letztlich durch Kuma behoben werden sollte. Hältst du es auch für wahrscheinlich, dass Feuerfaust Ace, ähm, diesen uns unbekannten Samurai der Meere eine ordentliche Brandnarbe verpasst hat, könnte dies sein neues Erkennungsmerkmal sein, außer, äh, vorausgesetzt, der Ex-Shishibukai lebt noch und ist untergetaucht, versteht sich. Auch diese Theorie habe ich schon mal gehört, kam auch vor ein paar Monaten mal rum. Ähm, das Thema ist halt, wenn wir einen haben, der von Ace besiegt wurde und, ähm, da habe ich ein paar mehr Informationen zu dem Angebot. Ace hat das Angebot übrigens auf Saba Odi bekommen, also bevor er in die neue Welt gelangt ist, das heißt, bevor er zu Whitebeard, äh, kam, äh, den er ja gesucht hat. Das war alles vorher. Also wahrscheinlich auch noch vor seinem höheren Kopfgeld und so weiter und so fort. Das ist übrigens eine Information, die nur in der Light-Novell, äh, zu Ace, äh, stattfindet. Leider auch nicht im Ace-Manga, mit, äh, dieser Marinesoldatin auch so. Ich weiß auch nicht, wie da die Informationen sich überschneiden und vielleicht widersprechen, weil, ja, der Ace-Light-Novell ist Kanon, aber halt nicht der One-Piece-Manga, et cetera. Immer ein bisschen schwieriger an der Stelle. Ähm, Ich kann mir gut vorstellen, dass er den Samurai ersetzen sollte, den er besiegt hat, aber da sind wir auch schon an dem Punkt. Wie viel ist ein Samurai wert, der besiegt wurde? Vor allem von einem Ace. Klar, ein Crocodile ist heute, äh, ein Kaiser. Der wurde aber auch direkt ins Gefängnis geworfen, danach, und, äh, wieder als Verbrecher deklariert. Ein Gekko Moria sollte eliminiert werden auf Marineford. Und jetzt kommt dieser Mann mit der Brandnarbe, der ja nicht nur der Mann mit der Brandnarbe ist, sondern dieser ominöse Charakter, der das letzte Robe-Pornoklyp hat. Also eigentlich, wahrscheinlich doch eine riesengroße Nummer und nicht irgendwie, äh, ein Shichibokai, der vor drei Jahren oder so besiegt wurde von Ace, der noch nicht auf seiner Prime war. Na gut, war der jemals auf seiner Prime? In gewisser Weise muss er ja irgendwann in seiner Prime gewesen sein. Ähm, er hätte vielleicht noch mehr erreichen können, aber mit dem Tod war das ja dann auch erledigt. Ähm, ja, also ich glaube, glaube nicht, äh, dass es dazu kommen würde, weil, wer würde diesen Charakter halt ernst nehmen? Ja, stellt euch jetzt mal vor, äh, Gekko Moria wäre der Mann mit der Brandnarbe. Wäre das für euch in Ordnung? Ich weiß es nicht. Und die anderen Gerüchte, die wir natürlich auch dazu haben, kann Wirbel erzeugen, hat wahrscheinlich eine Teufelsbruch, die ihm das ermöglicht, hat ein pechschwarzes Schiff, arbeitet vielleicht für die Weltregierung, passt halt auch nicht so hundertprozentig in dieses ganze Konzept. Ähm, äh, wurde Ace durch ihn erst zur Feuerfaust berühmt, also ich glaube, das war schon vorher, das wird, den Namen wird er wahrscheinlich mit dem ersten Kopfgeld bekommen haben, weil er halt mit der Feuerfaust gekämpft hat, gell, ich glaube, die meisten nehmen ihn da das erste direkte Erkennungsmerkmal. Ich bin, ich bin Joe Brandnarbe-Burning. Äh, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wir müssen mal gucken, vielleicht spielt dieser Ex-Shishibukai auch absolut gar keine Rolle mehr, äh, in One Piece, ähm, ich bin gespannt mit dem Typ, mit der Brandnarbe, vielleicht ist da was dran, vielleicht, aber ich, ich, ich glaube es persönlich nicht, ja, also, ich schließe es nicht 100% aus, aber ich glaube auch nicht dran. Äh, Diesnaz, äh, vielen, vielen Dank für dein Upgrade, äh, auf den Nakamarang, äh, vielen, vielen Dank, Umai, mein Freund. Dann kommen wir zur nächsten Frage vom Chaoten, er hat gefragt, äh, ist es nicht naiv von Vegapunk, eine Aufzeichnung in seinem Labor zu machen, mit wahrscheinlich sehr wichtigen Informationen, da er ja im Vorfeld auch schon von Saturn abgehört wurde? Ja, also er wurde von Saturn abgehört, das hat er ja auch später gesagt bekommen, von Kizaru, da, so ist ja dieser Deal zwischen Vegapunk und, äh, Kuma herausgekommen, aber danach hat ja, äh, Vegapunk alles entfernt, ja, hat ja dann wahrscheinlich eine große Suche, äh, dass keiner irgendetwas, äh, herausfindet, dass Vegapunk im leeren Jahrhundert geschnüffelt hat, haben sie ja auch erst nur persönlich von York später erfahren, da haben sie schon lange nicht mehr abhören können, und ich denke, dann wird da auch die Aufzeichnung, ähm, vonstatten gewesen sein. Ich meine, die Weltregierung wusste auch nicht, dass die Erinnerungsblase von Kuma dort existiert, oder dass Kuma gar nicht explodiert, äh, mit dieser Selbstzerstörung, also ich glaube nicht, dass, äh, Vegapunk da naiv war in dem Sinne, der, hat sich schon Gedanken gemacht, und, konnte auch das ein oder andere Geheimnis für sich behalten. Ja, am Ende hat er sich ja selbst verraten, denn York ist ja auch ein Vegapunk. Reese hat gefragt, sagt, denkst du, denkst du, denkst du, Saturn und Kizaru werden eine Gelegenheit dazu haben, die Nachricht von Dr. Vegapunk zu unterbrechen, oder werden diese zu sehr mit Ruffy beschäftigt sein, und wird es dafür vielleicht Konsequenzen geben, wenn diese Nachricht nicht unterbrechen, wahrscheinlich unterbrochen werden. Äh, gab es eigentlich je Konsequenzen für einen Admiral? Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Ähm, ja, also, wie gesagt, wenn, wenn sie es mitbekommen, dass da oben was läuft, kann natürlich der Befehl vonstatten gehen. Ich meine, Kizaru hat ja keine Probleme mit der Barriere, ist ja der einzige Charakter, der durch die Barriere kann, ohne Schaden zu nehmen. Kann also ganz schnell auch da nach oben flitzen, und versuchen, das aufzuhalten. Der Busterkoll könnte da auf, äh, ausgerichtet werden. Die Superwaffe ist vielleicht zufälligerweise in der Nähe. Ja, wäre ja wieder so ein großer Zufall, aber vielleicht schon im Vorfeld hinkommen, geschickt worden, vor ein paar Tagen. Äh, vielleicht sehen wir da auch einen kurzen Flashback, ja, äh, die Gorosei beraten sich so, hm, was machen wir jetzt? Vegapunk will irgendwas übertragen, und, ähm, seit, äh, Imu sagt dann, hey, wir haben doch vor ein paar Tagen die Superwaffe schon in die Nähe dahin geschickt. Naja, gut, dann ist es ein bisschen random, aber kann man auch irgendwie erklären. Äh, wird es Konsequenzen geben für Kizaru? Ja, vielleicht, wer weiß, also, bisher gab es nicht wirklich Konsequenzen für Admirele. Ähm, ähm, ich sehe auch halt nicht wirklich Kizaru in der Verantwortung hier großartig versagt zu haben, er hat sein Bestes gegeben, so viel kann man sagen. Er hat sich nie zurückgehalten, hat Vegapunk getötet am Ende vielleicht. Ähm, aber gut, da haben wir schon vorher über Konsequenzen gesprochen, das ist jetzt, glaube ich, nur noch wirklich der, das I-Pünktchen auf, äh, diesem Versagen, was er getan hat. Das wird immer wahrscheinlicher, dass Saturn hier sein Leben lassen muss. Es war eine wilde Theorie von mir, äh, dass das passiert, aber es wird immer wahrscheinlicher. Ich hatte eigentlich gedacht, dass, äh, meine Theorie widerlegt wird in den nächsten, äh, Kapiteln, aber es wird eigentlich eher wahrscheinlicher, das ganze Szenario, dass Saturn, das Ganze nicht überleben wird. Ja, also irgendeiner muss, einer, einer muss den Kopf hinhalten. Gehe ich doch direkt davon aus. Enrico hat eine Frage gestellt. Wir gehen ja davon aus, dass die Flucht gelingt und Saturn mehr oder weniger versagt hat. Gehen wir mal von aus, dass Vegapunk gestorben ist, Teilerfolg für Saturn und Saturn überlebt. Meinst du, er könnte es überleben, wenn er imu-Rede und Antwort stehen muss? Mit dem Hintergrund, Nika war anwesend, Kuma anwesend, nun die Riesen und Vegapunk hat sie alle getäuscht mit der Autorität der Pazifisten. Ja, also das wäre schon ein Teilerfolg, dass zumindest Vegapunk getötet wurde, wenn man aber den Aufwand bedenkt, den man betrieben hat, um am Ende Vegapunk zu töten und Vegapunk trotzdem noch irgendwie diese Message absetzen konnte, ich glaube, da wird auch ein bisschen viel davon abhängen. Also er wird ihnen sowieso Rede und Antwort stehen müssen, aber seine Überlebenschancen, also kann ich mir nicht gut vorstellen. Also ich weiß nicht, Imu war jetzt nicht so ein Typ, wo ich denke, ach das ist ein ganz Netter, der sagt auch mal nichts, gell? So ihr Saturn, komm, Schwamm drüber, oder? Trink mal ein. Ich schätze Imu nicht so ein, ich schätze Imu eher so ein bisschen blutrünstiger ein, ja, der auch gerne mal komplett durchzieht. Der Osmaner hat gefragt, Wie denkst du darüber, dass gerade die Weltregierungsseite, hauptsächlich Kisaru und Saturn, in extremer Unterzahl ist, gegen Ruffy und Co.? Da sie ja auch alle weggeschickt haben, Saturn, fünf Weisen, hat ja wohl die Weisheit und Wissen, Nika nicht zu unterschätzen. In Wano war Priorität, ihn loszuwerden, obwohl da ein Kaido stärkste Kreatur war. Kommt noch was von ihm, was krasses, was meinst du? Naja, ich denke mir schon, dass er nochmal vielleicht was krasses zeigt, gegen Ruffy, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Haben sie Ruffy unterschätzt? Definitiv. Das ist klassischer Fehler der Gegner, Ruffy zu unterschätzen. Kaido hat Ruffy geschlagen und dachte, oh, der ist tot, brauche ich keine Angst mehr haben, gehe ich runter. Und dann Nika, hat er sich doof umgeguckt. Er hat ihn auch ein paar Mal öfters niedergeschlagen, hat gedacht, der wäre jetzt tot. Hat ihn runtergeschmissen von Onigashima, zack war er wieder da, mit Monomonosuka als Drachen. Hat ihn K.O. geschlagen, ins Gefängnis geworfen, hat sich gedacht, oh, der wird sich schon meiner Crew anschließen. Auch falsch gedacht. Immer so in One Piece. Der Antagonist unterschätzt Ruffy. Ruffy ist immer so ein bisschen in der Underdog-Rolle und überrascht dann halt einfach alle, gesetzt der Serie. Also, ja, natürlich, das ist die Blödheit der aller Schurken, oder fast aller Schurken in One Piece. Das können wir jetzt nicht exklusiv für Kizaru und Saturn halten. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo die ganzen Leute weggeschickt worden sind, haben wir uns ja auf alle die Frage gestellt, wie kann es jetzt weitergehen? Saturn war so übermächtig. Sanji, Frankie, die Vegapunks konnten sich nicht bewegen. Judy, Bonny in seinen Händen, gell? Kuma hatten wir noch nicht, der da aufgetaucht ist. Ruffy lag irgendwo bewusstlos dort. Klar, Kizaru zu dem Zeitpunkt auch, mehr oder weniger, mit so seinem Kater, wie ich das ja gerne bezeichne. Da kannst du ja auch alle Leute wegschicken, die du nicht brauchst. Weil du hast ja auch nicht alle weggeschickt. Die Vize-Admirele waren ja noch da, die wurden ja dann wegge-yeated, kann man ja wirklich sagen, von Kuma, der dann plötzlich aufgetaucht ist, mit dem ja keiner gerechnet hat. Also, wir lesen ja natürlich schon. Saturn halt eben nicht. Und plötzlich ist halt Ruffy wieder da, bei 100 Prozent, weil ihm irgendjemand Essen zugeschustert hat und er sich dann vollgestopft hat, noch zusätzlich. Ja, blöde Entscheidungen getroffen, würde ich sagen. Hätte man vielleicht die Leute wieder zurückschicken können. Denkst du, der Fehler von Kuma oder S-Kuma wird noch geklärt, da ja Stella jetzt wohl am sterben ist, wird es was vielleicht mit Kuma Bonny zu tun haben, ihn zu retten? Oder denkst du, der Fehler bestand darin, dass auf Mary Joa Bonny ihn einfach indirekt bewusst Befehle gegeben hat und das war's dann auch? Ich denke mal, du spielst auf die Tatsache an, dass die Cypher-Pol Aegis gesagt hat, dass mit dem S-Bär etwas nicht stimmt. Ich glaube, das war nur ein Vorwand. Ich glaube nicht, dass mit dem Seraphine irgendwas nicht in Ordnung ist. Also ich gehe stark davon aus, dass Jolie Bonny ihn in gewisser Weise kontrollieren kann, aber wir haben den S-Bär ja auch nicht auf Mary Joa gesehen. Der war ja irgendwo anders da, aber sie brauchten ja einen Grund, nach Ecke zu gehen und haben dann halt einfach die Leute, also die Vegafunks gesagt, ja, ja, wir sind hier, wir wollen den Seraphine abgehen, da stimmt was nicht, ihr müsst mal nachgucken, damit sie auf die Insel kommen können, weil die haben sich ja nicht damit angemeldet, zu sagen, ja, hier ist die Cypher-Pol, was wollt ihr? Vegapunk töten. Ach ja, euch Satelliten gleich mit, euch braucht auch keiner mehr. Und dann sagen die Vegapunks mit Sicherheit nicht, ach, wir haben schon auf euch gewartet, wir sind dem Leben sowieso überdrüssig geworden. Nein, natürlich erzählst du eine Lüge, um dich irgendwo reinzuschleichen, das sollte klar sein. Also ich denke, dem S-Bär ist alles in Ordnung soweit. Aber ich gehe auch stark davon aus, dass Kuma, also der S-Kuma von Bonnie kontrolliert werden kann, weil jeder Pazifista, der aussieht wie Kuma und der S-Bär tut das eben, eben die höchste Autorität bei Bonnie liegt. Vielleicht liegt es auch nur bei den normalen Pazifista, aber ich glaube, Vegapunk hat auch daran gedacht. Ola hat gefragt, du hast am Anfang vom Cover-Bild geredet und hast gesagt, dass es eine Nebengeschichte von Nami, Vivi und Robin gibt. Gibt es den Band auch in Deutschland und hast du davon mal ein Video gemacht? Beide Fragen, nein und nein. Also der One Piece Heroines, also Heldinnen, Band 1 ist nur im Ausland erschienen. Ich habe eine französische Version gefunden, ich glaube nicht mal, dass es eine englische Version davon gibt, aber mit Sicherheit eine japanische Version. Diese Informationen aus diesem Band sind scheinbar nicht so wirklich wichtig, weil sonst hätte es irgendeiner wie bei den SBS, die werden wahrscheinlich auch noch diese Woche erscheinen, vom nächsten One Piece Band irgendwo jemand geleakt. Damals mit dem Aings Roman, über den wir heute auch schon gesprochen haben, wurden auch die Inhaltsangaben, die wichtigsten Informationen direkt mit uns geteilt. In diesem Band nicht, was natürlich auch wieder so ein bisschen anzweifelt, ob das wieder Kanon ist, so ein bisschen in der Schwebe wie Shoko Geki no Sanji, was hundertprozentig Kanon sein könnte, aber auch nie wirklich bestätigt wurde. Wird es wahrscheinlich auch nicht so wichtig sein. Demnach habe ich natürlich auch kein Video dazu gemacht, weil ich habe halt gar keine Informationen vorliegen und mein Französisch, ich hatte zwei Jahre Französisch in der Schule, es reicht nicht, um ein Buch zu lesen, tut mir leid. und vielleicht sind dann halt wirklich da auch nicht lohnenswerte Informationen drin. Mohammedai Din hat gefragt, es ist immer die Rede von der Flucht, aber was ich mich frage, wovor flüchten denn eine Kaiser Crew, ein Admiral und ein Gorosei? Ich finde ehrlich gesagt, dass die Strohwande einfach zu schwach dargestellt wird, was ist deine Meinung? Die Flucht ist deswegen ein Thema oder immer davon die Rede, weil das der ursprüngliche Plan von Vegapunk war, ihn von dieser Insel wegzubringen. Das ist das Ziel der Strohwande, nicht wir wollen hier ein Gorosei umbringen oder besiegen oder einen Admiral besiegen. Das ist nicht das Ziel dieser ganzen Reise. Also dieser ganze Eckhead-Ark basiert darauf, die Leute in Sicherheit zu bringen. Nicht hier irgendwas gewinnen, weil sie können auch in dem Ark nichts gewinnen. Was sollen sie dann am Ende gewinnen? Die Insel ist kaputt geschossen und selbst wenn sie jetzt Gorosei noch besiegen und Kizarro wird noch besiegt, dann wurden die halt besiegt und wir können uns wieder ein Häkchen machen beim nächsten Powerscaling-Diskussion. Aber ansonsten hat Raffia dann nichts zu gewinnen. Er kann denen kein Pornoglyph abnehmen, die unterdrücken diese Insel nicht, weil diese Insel im Grunde auch kaputt ist, bringt ja eh nichts mehr, ist alles weg und deswegen möchte man halt versuchen, die Vegapunks wegzubringen. Klar, der Stella ist jetzt tot. Den brauchen wir nicht mehr wegbringen, höchstwahrscheinlich. Aber er hat ja Erben. Er hat ja Lilith, er hat Atlas, er hat Edison und er hat York im Grunde noch. Was mit York passiert, werden wir in einer anderen Frage gleich noch klären. Von daher, ja, deswegen ist die ganze Sache auf Flucht getrimmt. Das ist, Ruffy ist kein Kaiser wie Kaido, der vielleicht zum Erobern kommt und sagt, wir sollen am Ende Eckhead gehören. Ruffy ist Eckhead, im Grunde egal. Der will da nicht seine Fahne hissen und sagen, das ist jetzt mein Territorium. Das ist halt nicht die Art von Kaiser, die Ruffy ist. Und die Stroh-Bande ist halt im Grunde auch wieder was Besonderes. Aber das war im Grunde jede Kaiser-Crew. Ich meine, schaut euch mal die anderen Kaiser-Crews an. Nehmen wir die Bestien-Piraten. Wir hatten Kaido, wir hatten seine drei Katastrophen. Die waren schon ganz schön krass. Ruffy, wir haben quasi Ruffy und sein Monster-Trio, sein neues, Sanji, Jinbei und Zorro. Die sind ganz krass. Und dann hat er auch noch ein paar andere krasse, so wie, sag ich mal, Nico Robin, Brook und Frankie, die auch krass sein könnten, die so auf dem Level sind wie, hey, Topiropo. Davon hatte Kaido auch sechs Stück. Die waren auch nicht so hundertprozentig super krass und wurden halt von denen, von Ruffy halt besiegt. Und dann hatte Kaido halt auch noch viele lustige Charaktere, die nicht so krass waren. Und da haben wir halt das Angsthasen-Trio bei der Stroh-Bande mit Nami, die trotzdem halt immer wieder mal überzeugen kann, wie Usopp, der trotzdem mal immer wieder mal überzeugen kann und auch Chopper kann hin und wieder mal überzeugen. Ja, also, die sind aber halt nicht die Stärksten und die müssen auch gar nicht die Stärksten sein, weil die Stroh-Bande ist halt eine Familie und nicht irgendwie eine Special Force, eine Elite-Kämpfer-Einheit, wo jeder aber auf dem Top-Notch-Niveau sein muss. Und bei der Big Mom-Piraten-Bande war es auch so. Ja, wir hatten Big Mom und da hatten wir die Süßigkeiten-Kommandanten, die Sweet-Kommander, die waren ganz krass und darunter hatten wir viele andere irgendwelche Minister, die halt teilweise nur krass oder halt nicht krass waren. Und vielleicht wird es bei Shanks auch so sein. Ja, klar, wir gehen immer davon aus, Shanks, Rotar-Piraten, die sind komplett alle Elite, aber vielleicht sind so Leute wie, äh, wie heißt der, Bong Punch oder so gar nicht so krass oder, oder Lime Juice oder so. Lime Juice heißt er, glaube ich. Na, vielleicht sind die gar nicht so krass. Vielleicht sind die auch so ein Level wie Frankie oder Rockstar, der war ja damals noch ein Neuling. Vielleicht ist Rockstar schwächer als, als Brook. Wir wissen es ja nicht. Ja, wir haben die ja nie wirklich kämpfen gesehen. Ich glaube, das ist bei jeder Kaiser-Crew so. Du hast halt den Kaiser, du hast seine Elite und dann hast du noch mal so eine Past-Elite und dann hast du halt auch ein paar Schwächlinge dabei. Ist halt einfach so in so einer Kaiser-Crew. Ähm, es ist halt einfach nur so, dass wir bei, ähm, bei Shanks und vielleicht auch bei Blackbeard, vielleicht bei Blackbeard stimmt's auch so, weil der hat wirklich darauf geachtet, dass da nur die krass, der krass in seiner Crew sind, halt denken, dass das komplett durch die Bank weg alles Elite-Kämpfer sind. Die Stroh-Bande wird das nie sein. Na, weil auch Oda immer so ein bisschen darauf achtet, Usopp muss der Schwächste sein, damit die Leute sich mit irgendjemandem noch identifizieren können. Weißt du, du hast diesen übertrieben krassen, starken Zorro, du hast Ruffy, der die Superkräfte hat und sich in Nika verwandeln kann, du hast Sanji, der auch so teils ein Cyborg ist mit seinem Germa-Exoskelett, du hast Jinbei, der ein Fischmensch ist, da können sich wenig Leute mit identifizieren. Okay, geben wir es zu, viele sind im Grunde im Herzen Zorro, aber, ja, dann hast du halt jemanden wie Usopp, der halt einfach dabei ist, ja, der ein bisschen was kann und der auch ein bisschen trainiert, aber der irgendwo noch menschlich ist und mit denen kann man sich vielleicht eher identifizieren, als halt mit einem Supermann, der da in der Crew ist. Also ich finde das gar nicht so schlecht und nein, ich finde jetzt nicht, dass die Strohhutbande zu schwach dargestellt wird, das Thema ist halt einfach bei der Strohhutbande, wir sehen sie halt immer, sie ist immer im Fokus und bei den anderen Kaiser Crews haben wir das halt eben nicht und da sind wir auch an dem Punkt, die Leute waren enttäuscht von der Big Mom Charlotte Family, sie waren enttäuscht von der 100 Bestien Piratenbande, warum? Weil man halt einfach nur durch die Bank weg Elitekämpfe erwartet hat und das kann einfach so nicht funktionieren. Das ist halt etwas, was in One Piece seit Jahren, ich will nicht sagen, dass es ein Problem ist, ich sage einfach mal, es eher so ein Missverständnis ist und zwar die Erwartungshaltung und die Realität von One Piece, die knallen halt einfach viel zu häufig aufeinander und da gibt es so viele gute Beispiele. Orochi zum Beispiel, der Shogun von Wano Kuni, was haben die Leute da erwartet, was da für ein Monster leben muss, also da haben wir von Leuten geredet, da waren Geschichten drin, der ist genauso krass wie ein Mihawk und dann kam er raus, gepoppt, der Orochi, da kam er raus mit seinem riesigen Gesicht und seiner dummen Lache und seinem blöden Grinsen und die Leute haben sich gedacht, Junge, Erwartungshaltung und Realität von One Piece. Es ist immer wieder schön, aber man kann da gerne mal so ein bisschen drüber diskutieren. Wie gesagt, das ist nicht mal so meine eigene Meinung, das ist auch nicht mal irgendwie Fachwissen, das ich habe, das ist etwas, was einfach die Beobachtung ist, die ich gehabt habe in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren, One Piece, auch im YouTube-Bereich und so weiter. Ich habe ja auch One Piece-Videos gesehen, bevor ich selbst damit angefangen habe. Der Hype wird immer hochgedrückt. Auch jetzt in der aktuellen Situation, ey, Megapunk wird uns alles verraten. Wir werden, im nächsten Kapitel wissen wir alles. Es gibt keine Geheimnisse mehr. So gefühlt. Der Hype ist groß und es ist ja auch nicht schlimm, das zu hypen. Es ist ja cool. Man will ja mit der Community, mit allen One Piece-Fans zusammen das feiern. Ja, jetzt passiert was in One Piece. Jetzt geht es so richtig ab. Alle anschnallen, haltet euch am Sitz fest und so weiter. Das ist ein Thema. Ist ja auch schön. Kann ja schön sein. Ja, ich feiere das auch immer ab, wenn ein neues Chainsaw-Man-Kapitel erscheint und bei Chainsaw-Man gibt es halt keine Spoiler. Das heißt, jeder liest quasi gleichzeitig das Kapitel und dann wird es auf Twitter gefeiert. Oh mein Gott, guck das, das ist passiert, das ist passiert. Ach, wie das wieder ausgesehen hat. Wunderbar. Und das ist ja auch was Schönes in One Piece. Es darf gehypt werden. Es darf auch von YouTubern gehypt werden, wenn die sagen, boah, jetzt passiert was Geiles, weil man ja im Herzen, im inneren Herzen ja auch den Wunsch hat, dass jetzt was ganz Geiles passiert. Und das finde ich auch toll. Das finde ich auch super. Aber man muss natürlich auch immer wieder die Realität dann im Auge behalten. Da bin ich dann halt eher der YouTuber dafür, der sagt, warten wir erst mal ab. Vielleicht wird im nächsten Kapitel gar nichts enthüllt und wir kriegen nur einen Blick um die Welt und vielleicht auch im Kapitel 1010 nicht. Aber in 1011, was ja auch wieder hochgehypt wird, das wird das krasse Zorro-Kapitel, weil, Überraschung, Zorro ist am 11.11. geboren und sein Kopfgeld ist 1.11.11. Barry ist ja auch so ein Thema. Oh mein Gott, wir erwarten irgendwas Krasses. Wer war nur Kuni-Hack mit der Zorro-Hack? Und so weiter. Und immer wurden wir großartig und großspurig so ein bisschen enttäuscht. Aber das ist doch auch okay am Ende. Ja, also, man muss, man kann alles hypen, man kann das größtmögliche erwarten, aber man muss auch eingestehen, dass man vielleicht irgendwo zu viel erwartet hat und dass es so, wie Oda es gelöst hat, doch eigentlich ganz okay ist. Da sind wir halt an dem Punkt. Kommen wir zu ein paar weiteren Fragen. Varianz hat gefragt, ich habe eine Frage bezüglich Vegapunk. Ich gehe davon aus, dass er eine Aufzeichnung ist, die er vorbereitet hat, aber für mich spannend ist die Tatsache, wann er es gemacht hat. Vielleicht hat er es ja wirklich gewusst, wenn er stirbt, dass es die Weltregierung sein wird oder denkst du, er hat verschiedene Versionen aufgenommen. Den Inhalt erfahren wir ja hoffentlich bald, aber da er lacht, wird es bestimmt episch werden. Es scheint es wohl genau gewusst zu haben, oder? Naja, also er wusste ja schon, dass die Weltregierung hinter ihm her ist, weil sie ja wahrscheinlich erfahren haben, dass die Weltregierung erfahren hat, dass sie im leeren Jahrhundert geforscht haben und ja auch schon andere Cypher-Pole-Einheiten kamen vor der Cypher-Pole AG Zero, dass da irgendwas im Argen ist und dann kann ich mir vorstellen, dass er es im Vorfeld des Eket Island-Arcs aufgenommen hat. Und dann halt wahrscheinlich auch schon gegen die Weltregierung aufgenommen hat. Ich gehe ja auch stark von der Aufnahme aus. Vielleicht hat er es auch vor ein paar Stunden aufgenommen, als Ruffy und Co. schon da waren und er hat einen kurzen Moment gehabt, die Aufnahme zu machen und alles einzurichten. Das ist natürlich auch möglich. Ich denke, das werden wir auch so ein bisschen erfahren, wenn er halt enthüllt, was er enthüllen möchte. Aber wir haben ja die Aussage von Chaka und so weiter, der mit Dragon telefoniert hat, dass er es ja schon wusste, dass er sterben wird und das hat er im Grunde ja übertragend für alle Vegapunks gemeint, weil nicht nur der Stellar sollte eliminiert werden, alle Vegapunks sollten eliminiert werden. Deswegen wurde Rob Lucci auch nochmal geschult vor dem Eintreffen in Eckert. Es gibt mehr Vegapunks, es gibt nicht nur den einen, sondern es gibt noch sechs weitere, die müssen auch alle eliminiert werden. Enrico hat noch ein paar Fragen gestellt. Kaibo geht ja wahrscheinlich mit zu Blackbeard und wird ihn wohl verraten, wo die antiken Waffen sind. Meinst du, Blackbeard macht sich dann auf nach Wano und greift es an und somit werden die Grenzen Wanos geöffnet? Ja, also natürlich, sobald Blackbeard diese Information hat, die hat er ja wahrscheinlich nicht sofort, weil erstmal müssen sie Kaibo mitnehmen. Ich gehe auch stark davon aus, weil die Szenerie macht anderweitig jetzt nicht so großartig Sinn. Wäre natürlich irgendwie witzig, wenn sie Kaibo töten würden, aber dann wäre der ganze Aufbau von Kaibo irgendwie für die Katz gewesen. Das einzige Szenario, was ich mir noch vorstellen kann, er wird abgelehnt und sie sagen, los, verzieh dich und hier, du hast fünf Sekunden Vorsprung, dann schießen wir auf dich und er rennt dann noch der Marine-Weltregierung in die Arme und die bekommen dann die Information. Das wäre noch das andere Szenario. Ich gehe aber stark davon aus, ich nehme ihn mit. Dann müssten sie ja erstmal wieder zurück nach Hashinoso kommen. Blackbeard muss auch da sein und Kaibo muss ihm die Geschichte erstmal erzählen. Bis dahin kann natürlich in One Piece wieder einiges passieren. Dann hat Blackbeard, wenn er jetzt gerade nichts anderes oder Besseres zu tun hat, man mit der Brandnarbe zum Beispiel, ja, die Möglichkeit, entweder ich greife die Fischmenscheninsel an oder Wano Kuni. Und beides wird ja auch nicht so einfach sein. Ja, Fischmenscheninsel, sei mal dahingestellt, gibt zwar viel Fläche, aber ist halt immer noch die Fischmenscheninsel, die unter dem Meer liegt und die Blackbeards sind alles Teufelsrot-Nutzer. Und nach Wano Kuni kommst du nicht so einfach. Die Big Marm Piraten können ein Liedchen davon singen, die haben es bisher nicht geschafft. Klar, ist jetzt kein King mehr da, ist kein Marco der Phoenix mehr da, der das Schiff wieder runterschnicken kann, aber vielleicht kann das ja jemand anders. Also, ja, klar, ich gehe davon aus, dass eines von denen angegriffen werden kann, aber das nicht sehr schnell passiert. Also, das wäre wild, wenn es jetzt auf einmal ganz schnell gehen würde. Das ist vielleicht etwas für nach dem L-Buff-Arc, was vielleicht sogar schon am Anfang des L-Buff-Arcs so eingeleitet wird und dann während dem L-Buff-Arc so simultan, nee, parallel vonstatten geht. Und das ist dann vielleicht der Grund, warum man Blackbeard angreifen muss auf der Pirateninsel und dann ist die Pirateninsel der übernächste Arc. Wäre eine Möglichkeit. Jadon hat gefragt, was denkst du wird aus York nach dem Arc und vor allem, wenn Vegapunk öffentlich stirbt und sie noch lebt? Also, eigentlich braucht die Weltregierung York, wenn die Fabrik für die Motherflame noch steht, brauchen sie auch die und die Punk-Records sind scheinbar auch noch unbeschädigt. Also, noch kann York einkassiert werden, ob dann immer noch ihre Forderungen erfüllt werden, sei mal dahingestellt, könnte auch so eine halbe Sklavin werden. Warum auch nicht? Man muss sie nur dazu zwingen, das zu tun, was man möchte. Da hat die Weltregierung ja ihre Methoden. Ich weiß nicht, ob sie auf der Flucht mitgenommen wird, vielleicht aus Sicherheitsgründen, damit sie nicht der Weltregierung in die Hände fällt. Das kann natürlich auch gut sein, aber es gibt jetzt im Grunde auch nicht wirklich einen Grund, sie mitzunehmen, weil sie ja eine Verräterin ist. Und man kann ja auch sagen, hey, wir überlassen dich deinem Schicksal. Seht zu, wie du jetzt mit der Weltregierung zurechtkommst. Weil wenn die Punk-Records zerstört werden, wenn vielleicht die Fabrik zerstört wird, kann auch York nicht mehr die Motherflame herstellen und ist dann vielleicht auch wertlos für die Weltregierung. Also, da gibt es auch ein paar Optionen. Dass sie mitkommt, sehe ich aber eher weniger. Noch eine Frage von Enrico. Die Weltregierung hat jetzt mehr oder weniger ihren Zug gemacht, Vegapunk vermutlich getötet und Egghead zerstört. Noch nicht ganz, aber die Fabrikfaser ist so gut wie kaputt. Meinst du, dass sich jetzt endlich Dragon in Bewegung setzt oder seinen Zug macht? Weil nur Zeitung lesen kann, es ja nicht sein. Verdammt. Ich wollte jetzt sagen, sein Zug ist die Zeitung zu lesen. Verdammt. Habt ihr mir schon den Wind aus den Segeln genommen? Ich hatte es schon gerade im Hinterkopf. Zu sagen, er wird wieder die Zeitung lesen. Ähm, ähm, nein. Eigentlich nicht. Also, er hat ja gemeint, sie warten jetzt auf die Reaktion der Weltregierung, dass sich jetzt die Holy Knights einschalten und dann beginnt der große Krieg. Wenn wir davon reden, dass Dragon sich in Bewegung setzt, gehen wir natürlich davon aus, er greift jetzt Mary Joa direkt an oder die Gosei, die wahrscheinlich in Mary Joa sitzen und zeigt, hey, übrigens, ich bin Monkey D. Dragon, ich hab die krasse Windfrucht oder mystische, ähm, Drachenfrucht, die mit Wind zu tun hat und so weiter und so fort und jetzt geht's los, jetzt, jetzt zeig ich euch mal, wie der krasseste, der krassesten aussieht. Das seh ich nicht. Das seh ich nicht, weil er ist ja der, der Zurückhaltende, der hinten sitzt und nur die Befehle erteilt und sein Plan ist ja schon in Gange. Er hat ja schon seinen Move gemacht und das ist so wie mit dem Ursprung der Teufelsrüchter, den akzeptieren nicht so viele, dass er da nur versucht, die Tenryu Bitu auszuhungern auf Mary Joa. Also, die Sachen auf Eckert, klar, er wird darauf reagieren, er wird die Zeitung lesen, vielleicht sieht er auch die Übertragung äh, und vielleicht wird er auch darauf reagieren, aber ich glaube nicht, dass er im nächsten Kapitel in Mary Joa steht und sagt, let's go. Das seh ich leider noch nicht. Barajema hat gefragt, was hältst du von der Idee, dass Saturn den Leser direkt anschaut und die vierte Wand bricht? Hoffe, die Idee war nicht von dir. Nein, ich weiß auch nicht, in welcher Situation das passieren soll. Ja, Saturn kämpft gegen Ruffy, so, ich mach dich fertig, Nika, und dann auf einmal, jetzt hab ich mit euch zu reden. Ich bin der Saturn. Schab die und die Teufelsfrucht. Ich weiß nicht, warum sollte der die vierte Wand durchsprechen und auf einmal mit den Lesern reden? Hat das überhaupt noch mal einen Charakter in One Piece gemacht? Es scheint ja, dass irgendein anderer auf die Idee gekommen ist, aber dann verstehe ich den Kontext nicht, warum er das tun soll. Also jetzt bei Vegapunk, vielleicht hast du auch Vegapunk gemeint, dass der quasi mit uns Leser redet, äh, durch diese Übertragung, aber dann wäre es ja trotzdem nur Übertragung, er redet mit den Leuten auf der Welt, aber indirekt natürlich auch mit uns, also, weiß ich, ich glaube, mir fehlt ein bisschen Kontext, tut mir leid. Tut mir leid, äh, mehr kann ich dann auch nicht dazu sagen. Äh, Kaido hat gefragt, wenn die Strohhüte und Bonnie geflohen sind, ist ja der Befehl von Bonnie, äh, helfe uns entkommen, äh, erfüllt und die Pazifista werden aufhören, auf die Marine zu feuern. Wie wird man, äh, mit den Pazifista verfahren? Verschrotten, umprogrammieren, wenn überhaupt möglich, bis auf weiteres deaktivieren, viele Möglichkeiten, was denkst du? Naja, solange Bonnie nicht in der Nähe ist, kannst du die Pazifista ja ohne weiteres einfach einsetzen. Wenn Bonnie weg ist, funktioniert das ja, und Bonnie kann nicht gleichzeitig auf jeder Insel sein, ähm, oder immer in der Nähe sein. Wer weiß, wo es sie sowieso hinführt nach diesem Arc? Wird sie Mitglied bei der Strohhutbande? Wird sie bei der Revo sein? Wird sie irgendwo mit Kuma ein friedliches Leben führen? Wissen wir ja alles noch gar nicht, ist ja alles möglich. Ähm, also ja, einfach die, die Pazifista weiterverwenden. Im aktuellen Kapitel wurde das ja auch suggeriert, dass sie Joanie Bonnie rausnehmen wollen, damit die Pazifista wieder auf ihrer Seite sind. Also, sie haben da noch ein großes Interesse dran. Ähm, Aliana hat gefragt, mal ganz was anderes. Was wäre, wenn man mit Bonnys alter Alterfrucht die Operation der ewigen Jugend rückgängig machen könnte? Äh, die, sie könnte ja die Marinesoldaten eine Todeshalluzination zeigen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was denkst du darüber? Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Faktentechnisch ist die Operation der ewigen Jugend etwas, was permanent ist. Und die Fähigkeiten von Jolie Bonnie sind alle nur temporär. Das heißt, sie könnte natürlich, je nachdem, auch der Haki-Kräfte der Gorosei geschuldet, wir wissen ja, mit den Haki kannst du ein bisschen was abschütteln, äh, wie Kaido das getan hat, oder halt, äh, Trafalgar Law mit der Krankheitsfrucht zum Beispiel, ähm, könnte sie zwar die Gorosei sehr, sehr, sehr alt machen, und die Gorosei auch sehr, sehr jung machen, und die Todeshalluzination zeigen, aber das Ganze ist nur temporär und würde sich dann nach kurzer Zeit wieder zurücksetzen, ähm, so hat Jolie Bonnies gesagt, dass ihre Frucht nur temporär wirkt. Deswegen wird sie ja auch immer zum Kleinkind, weil sie die Kräfte nicht mehr einsetzen kann, wenn sie im Wasser ist. Das heißt, sie kann dies nicht mehr erneuern, dass sie eine Erwachsene ist, und wird dann halt standardmäßig wieder zum Kleinkind halt, die ganze Zeit. Wurde übrigens in One Piece Stampede auch schon so ein bisschen angeteast. Interessant. Äh, dann haben wir eine Frage von Duro, äh, er meinte, oder zwei Fragen, du meintest, dass Oda schrieb, dass das One Piece manchmal zwischen den Kapiteln steckt. Ich denke mir da, ob es nicht sein könnte, dass du einen Teil des One Piece mal in einem Livestream entschlüsselst hast. Doch, mit Sicherheit nicht. Ich erzähle auch so viel, ich kann mir das selber nicht merken. Könnten, könnten ein Teil des One Piece irgendwelche Dinge sein, die einer Crew damals wichtig waren, aber nur rein ideellen Wert hatten. Meinetwegen auch eine Wasserrutsche oder Gummihüpfburg in Form von Pangea Castle. Äh, was könntest du dir in so einem Fall vorstellen? Apropos, hat schon jemand ein Wort darüber verloren, dass Pangea damals im zusammenhängenden Kontinent war? Wahrscheinlich schon im öffentlichen, äh, im offensichtlichen und im Namen. Ja, also übrigens, Pangea war, also in, ich weiß nicht, ob es eine Theorie ist oder ob das bestätigt ist, alle Kontinente auf unserer Welt waren mal ein Kontinent. Man kann die ja auch so ein bisschen zusammenschieben und das passt dann irgendwo auch gut zusammen. Äh, das war dann der Superkontinent Pangea. Ähm, die Red Line ist der Kontinent, also einer der Kontinenten in One Piece, weil es gibt auch noch den Nord- und Südpol, die zählen scheinbar auch nochmal als Kontinente, aber spielen eigentlich eine wenige Rolle in One Piece. Ähm, also ihr müsst, ihr müsst quasi so die Red Line als Äquator zählen und dann oben unten ist, äh, ähm, Nord- und Südpol. Ja, Buggy und Shanks haben sich ja drüber gestritten, immer was kälter ist. Ähm, Schanks hatte übrigens recht, ich weiß aber nicht mehr, wer was hatte. Ähm, und, äh, das Schloss auf Mary Joa, na, ist, äh, nach Pangea genannt, nach diesem Kontinent. Passt natürlich so ein bisschen zusammen, aber ich glaube nicht, dass da sonst mehr dahinter steckt, gell, also ja, wie gesagt, weiterhin halt der einzige, richtige, richtige Kontinent, äh, ist die Red Line, das andere sind ja diese Eisflächenkontinente. Ähm, ich weiß nicht, ja, es sind halt so Gedankengänge, die ich halt hin und wieder habe, vielleicht sind es auch irgendwie tribale Dinge, ähm, von, von Piraten, ja, erinnert euch mal so an Fluch der Karibik 3 war es, glaube ich, wo diese ganzen Piratenfürsten zusammenkamen und jeder hatte so sein, seine, äh, Münze gehabt, aber das waren keine Münzen, sondern eine Spielkarte und hier das Holzauge und hier die Kette und so weiter und das waren wichtig dann, weil man ja damit, äh, Gott, wie hieß sie, diese, diese Meeresgottheit damit eingesperrt hat, ja, was sie halt einfach so dabei haben, klar, könnte das irgendwas sein im One Piece, glaube ich aber nicht, weil es wäre ja weniger ein Schatz, weil diese Dinge hatten halt Bedeutung für die Piraten damals und es waren ja vielleicht gar keine Piraten, sondern es war Joy Boy, der ja das One Piece versteckt hatte, ähm, und, ähm, und, ähm, weiß ich nicht, ich bin auch nicht so ein großer Fan von einer Flasche Sake oder einem Afro, was ja alles so für Theorien, ähm, mal behandelt wurden, ich habe ja auch da so ein bisschen drauf reagiert, ähm, weiß es halt nicht, keine Ahnung, also vielleicht ist es was komplett Rivales, vielleicht ist es halt doch irgendwo was Wertvolles, ich denke, wir warten einfach ab, ja, die Sache mit dem One Piece ist manchmal zwischen den Kapiteln versteckt, äh, das basiert halt auf dieses zweite Volume von One Piece Heroines, also Heldinnen, ähm, diesmal ja mit sechs Charakteren, die ihr auf der Coverpage, äh, Colorspread, äh, gesehen habt, ähm, also Niko Robin, Nami, ähm, Raizu, Tashigi, ähm, Uta und Bo Hancock, und da ja diese Geschichten zwischen den Kapiteln irgendwo spielen, aber scheinbar immer sowas behandeln, wie Nami geht einkaufen oder Niko Robin liest ein Buch und sowas, halt nicht wirklich irgendwelche interessanten Informationen, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, die wären ja irgendwo aufgeschrieben worden und die Leute hätten gesagt, oh, guck mal, was da in dem Buch steht, ganz wichtig, das verändert jetzt alles, das ist wahrscheinlich sehr, sehr trival, wie Shoko Geki no Sanji am Ende, und, ähm, von daher weiß ich nicht, aber ich finde irgendwie, es klingt gut, ja, das One Piece ist irgendwo zwischen den Zeilen oder zwischen den Kapiteln versteckt, ähm, aber vielleicht hat Uta auch einfach nur so ein bisschen übertrieben. Frage aber längerer Gedankengang. Blackbeard wird wahrscheinlich bald über die Pluton Bescheid wissen, A, könnte es sein, dass Blackbeard der stärkste Gegner wird, vor dem Yamato Wano beschützen möchte, naja, halt vor jedem starken Gegner, äh, ich fände es aber enttäuscht, wenn Yamato gegen Blackbeard gewinnt, wird sie wahrscheinlich auch nicht schaffen, weil sie wäre halt auch nur ein Charakter. Und Lore hat es auch nicht geschafft. Und hatte mehr Unterstützung vielleicht als jetzt mal Yamato. Ähm, aber sie hat ja die Samurai. Könnte Blackbeard dann mit, äh, seiner Bebenwurft die Grenzen auch, äh, ohne Sonisha öffnen, um an die Pluton zu kommen? Ich gehe stark davon aus, dass das möglich sein sollte. Bekommt, äh, aber weiß Blackbeard, dass er die Grenzen öffnen muss. Na gut, vielleicht von Kaibo. Bekommt dann auch Smoothie eine Rolle. Also, ich weiß nicht, ob die da in dem Sinne eine Rolle spielt, weil ich glaube, die wird wahrscheinlich eher unterwegs sein, wieder zurück nach, äh, Whole Cake Island und nicht dann in Wano sein. Mhm. Kann meinetwegen auch alles off-panel passieren, dann hätte aber Blackbeard mindestens eine antike Waffe und nicht Ruffy, weil er eben halt Ruffy ist. Ja, Ruffy wollte die ja nicht. Ja, wie gesagt, ja, klar, also, haben wir vorhin ja besprochen, er könnte zur Fischmenscheninsel, er könnte nach Wano und könnte sich die dann halt holen, wird schon irgendwie gelingen. Also, strauß ihm zu. D. Könnte Blackbeard kurz vor Schluss alles haben und Ruffy nichts, äh, wird aber wie üblich die Welt retten und Held gerade eben dafür die Red Line zerstören muss, äh, kurz bevor Blackbeard der Herrscher über alles wird, äh, also vollständige Herrschaft gegen Freiheit. Weiß ich nicht. Also, selbst wenn Blackbeard beides bekommt, Poseidon und Pluton, was vielleicht auch nicht so ganz funktioniert, weil Chiroshi wird sich wahrscheinlich weigern, für Blackbeard da irgendwas zu machen, Bluton wissen wir nicht so genau, wie es funktioniert, ähm, die Uranus, ich gehe ja stark davon aus, es ist die Superwaffe aus 1060, ist im Besitz der Weltregierung, da wird er nicht so lange nicht reinkommen, und warum ist dann wichtig, die Red Line wieder zu zerstören? Wie gesagt, ich halte die Theorie nicht für unmöglich, dass die Red Line zerstört werden sollte, aber zwei Dinge wurden mir noch nie erklärt. Erstens, warum sollte die Red Line zerstört werden? Weil, die hat ja schon immer wahrscheinlich in One Piece existiert, weil bevor die Weltregierung da war, haben ja die Lunaria dort gelebt, also, davor hat gar keine drauf gelebt, weil man da nicht leben konnte, nur die Lunaria haben es ja geschafft. Die scheint also schon ewig zu existieren, diese Red Line. Und wenn die Red Line zerstört wird, Leute, ihr habt doch gesehen, was mit Lulusia passiert ist, und das war eine Insel, die verschwunden ist. Was passiert, wenn die Red Line auf einmal weg ist auf der ganzen Welt? Glaubt ihr, dann ist einfach alles cool und ruhiges Gewässer oder, oh, eine Welle, die mal 10 cm höher war? Da ist halt Turn-up auf der Welt, wenn die Red Line auch nur an einer Stelle zerstört wird. Wisst ihr, wie groß die Red Line ist und wie viel Wasser die nebeneinander abhält? Das ist utopisch. Das darf man halt nicht vergessen. Das ist so das Problem, was ich davon habe. Klar, der Gedankengang, die Red Line zerstören, alle Meere werden ein Meer, und das sind viele Meere und dann ist das One Piece, das eine Meer und der All Blue erschaffen. Der Gedanke ist schon interessant und nett, aber wie soll das physikalisch möglich sein? Das ist ja völliger Turn-up auf der Welt. Da saßen ja einige Inseln weg. Es waren ja schon einige Inseln weg, völlig überschwemmt, weil Lulusia auf einmal weg ist. Und wenn Innis Lobby das gleiche Schicksal damals erlitten hat, haben wir seitdem die Aqua Laguna, die auch nicht so gut für Water 7 war oder auch im Grunde auch nicht für Long Ring Long Land. Da ist ja auch ein Einfluss darauf. Also ich finde das immer noch wild mit dieser ganzen Red Line Zerstörungstheorie. Und ja, muss man halt abwarten, gell? Wir haben noch E. Mir wäre auch schleierhaft, wie Katharina DeVoar die Red Line zerstören soll. Ich weiß nicht, warum soll eigentlich Katharina DeVoar die Red Line zerstören? Dann doch eher Blackbeard, oder? Damit wäre das ja auch kein Problem mehr, wie Katharina DeVoar und die Blackbeard Crew auf die Stroh-Piraten stoßen muss. Ja, also da wird mir schon ein Grund, also und wenn es das letzte Robe-Pornoglief ist oder der Kampf um das One Piece, also du brauchst keinen Grund kreieren, dass die Blackbeard-Piraten gegen die Stroh-Piraten kämpfen. Kannst du dir auswürfeln im Grunde. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Jeder Schuss kann Treffer sein bei der Geschichte. Also ich weiß nicht, das mit den antiken Waffen und die Red Line zerstören, das finde ich wild. Also ich kann mir vorstellen, Blackbeard kriegt beide in die Hände und er hat eigentlich so viel und vielleicht holt er sich auch gar nichts und vielleicht wird er auch abgehalten bei einer Sache und bekommt am Ende gar keine. Also da kann noch so viel passieren. Da fließt noch viel Wasser dem Reverse-Mountain hoch, bevor Blackbeard wirklich vor der Fischmenscheninsel oder Wano Kuni steht und dann halt wirklich zum Angriff klingelt, damit man sich die antike Waffe holt. Aber klar, ein paar Dinge sind definitiv möglich. Bebenfrucht zerstört die Grenzen von Wano Kuni. Das könnte auch das Problem lösen, nach Wano Kuni zu kommen und dadurch wird die Bluthorn freigelegt und die holt er sich dann und Yamato muss dann eingreifen und vielleicht muss dann Ruffy auch eingreifen und so weiter. Also das kann alles natürlich kommen, weil vor allem, das sind auch die beiden Inseln überraschenderweise, die den Schutz von Ruffy haben. Die Fischmenscheninsel, die haben ja gesagt, wenn Big Mom weg ist und Ruffy ist jetzt die große Nummer, dann hat Neptun vor, das Banner der Strohbande zu hissen und Ruffy hat das erste Land, das er eine Fahne gegeben hat, um das zu hissen, war Wano Kuni. Also ja, ich sehe das auf jeden Fall kommen, dass er da hin muss und ich finde das Ganze auch eigentlich gut, weil wir ja auch darüber geredet haben, ist auch bestimmt schon ein Jahr her, wenn Ruffy ein Kaiser ist, greift auch einer den Kaiser Ruffy an und wir haben uns damals so überlegt, wer soll das dann tun, weil Ruffy ist ja derjenige, der immer angreift, aber jetzt haben wir eigentlich eine Situation, wo auch Ruffys Territorium angegriffen wird. Also insgesamt finde ich das alles ganz cool, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen abwarten, wie sich das alles dann am Ende entwickelt und ob das gerade in den Zeitplan von Blackbeard fällt oder Blackbeard gerade erst mal mehr Interesse daran hat, den Mann mit der Brandnarbe zu finden, um nach Love Tale zu kommen und danach können wir uns sicher immer noch die antiken Waffen holen, weil ist ja keine Gefahr in Verzug. Also wie gesagt, es hält ihn ja auch keiner davon ab und Ruffy hat kein Interesse daran. Das wird wahrscheinlich Karibu ihm auch erzählen. Hier übrigens, der Strohut hat kein Interesse, kannst dir Zeit lassen. Der Strohut hat aber ein Interesse an dem letzten Rogue-Pornoclyph und One Piece zu finden. Da ist vielleicht eher Gefahr in Verzug. Ja, wild, wild das Ganze. Aronki Brom hat gefragt, denkst du die Message, die Vegapunk für die Welt hat, könnte Kizaru noch einmal zum Umdenken bringen? Boah, weiß ich nicht. Sind wir beim selben, was wir vorhin schon besprochen haben. Er hatte sehr viele persönliche Gründe, jetzt komplett den Verräter zu spielen. Deswegen gab es ja so viele Theorien. Wir haben immer wieder diesen Kizaru-Moment gehabt, wo er denkt, oh, verdammt, was mache ich hier eigentlich? Und jetzt ist halt eine... Also, ich glaube, der weiß auch, dass die Weltregierung keine weiße Weste hat und die Bösen eigentlich sind. Aber da reicht... Also, die Message für Kizaru persönlich wird wahrscheinlich nicht so das Umdenken machen. Wenn er ein Umdenken hat, dann ist das schon in vollem Gange. Da brauchst du nicht noch die spezielle Message. Ja, es sei denn, die Message ist, ach ja, übrigens, keine Ahnung, weißt du, wer deine Eltern damals umgebracht haben, Kizaru? Kann ja sein, ist jetzt komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Das war die Weltregierung und sowas. Die waren schon immer deine Feinde. Haha, hast verarschen lassen die ganze Zeit. Aber ganz ehrlich, das hätte Vegabank auch die ganze Zeit erzählen können. Und dann hätte Kizaru mehr beeinflussen können als jetzt mit einer aufgezeichneten Nachricht. Also nein, da glaube ich nicht dran, dass das so ist. Gehen wir aber mal auf weitere Fragen unter der Review ein, denn jetzt habe ich alle vorbereiteten Fragen hier beantwortet. Und dann gehen wir natürlich auch noch auf ein paar Fragen im Chat ein. So, kleinen Moment, da sind wir. Schmutzhiffer hat gefragt, welche Rolle wird der antike Roboter auf Ecke deiner Meinung noch spielen oder hat ihn doch nicht eingeführt, nur um ihn jetzt zu zerstören? Naja, habe ich auch am Anfang des Streams ja schon erklärt. Wer weiß, ob der sich überhaupt bewegen kann, weil er hat sich bisher nicht bewegt. Er wurde halt einfach nochmal kurz angemacht, dann wurde er wieder auf Standby gestellt. Vielleicht ist das eine Information für später, die wichtig wird, wenn wir vielleicht einen intakten Eisernen Riesen finden. Vielleicht wird er nochmal irgendwas verhindern wollen oder so etwas, aber am Ende er erwacht, aber wer gibt ihm die Befehle oder hat er noch irgendwelche Befehle einprogrammiert? Scheinbar hat ihn Vegapunk ja selbst nicht anbekommen. Er springt ja nur an, wenn er die Trommel der Befreiung hört. Von daher, schwierig. Genau, hab das eigentlich, also hier von Sebastian, hab das eigentlich in dem Livestream zur Capital Reaction nur aus Spaß gesagt, aber Vize-Admiral Bluecress scheint einiges über Riesen zu wissen und wegen ihrer Frisur dachte ich, wäre es ja lustig, wenn sie das kleine Mädchen, glaube Yuki von Little Garden ist, das Schuld daran ist, dass Boogie und Wookie den Kampf angefangen haben. Ja, ich glaube nicht, dass das funktioniert, dann wäre sie ja über 100 Jahre alt, Bluecress. Ich weiß jetzt nicht, also ja, wäre ein super witziger Zufall, ganz ehrlich. Also ja, ich würde es feiern, ich würde es feiern, aber wir reden halt hier wirklich von 100 Jahren, das ist schon ein Zeitraum in One Piece für Menschen. Ja, aber wäre lustig, wenn es wirklich so kommen würde, würde mir gefallen. Varth Zockt hat gefragt, wenn Vegapunk tot ist, dürfte seine Teufelsrucht nicht mehr funktionieren. Was bedeutet das für die Punk-Records, Satelliten etc.? Haben wir auch schon geklärt, jetzt öfters mal, die Teufelsrucht ist völlig unabhängig. Sonst könnte es mit seinem Wissen einfach in einen neuen Körper geladen werden, beziehungsweise alles auf einen noch lebenden Satelliten überspielen, geht das? Vermutlich nicht, weil diese ganzen Satelliten sind ja perfekte Klone und eigene Individuen. Ja, vielleicht klappt diese Synchronisation nicht mehr, vielleicht kann man nicht mehr auf die Punk-Records zugreifen, da möchte ich mich gar nicht dagegen wehren, das halte ich für möglich. Sofern die Satelliten nicht vielleicht auch grünes Blut und auch Gehirnfrucht haben und dadurch funktioniert das, wir haben es ja nie gesehen, kann alles möglich sein. Aber an und für sich ist der Tod von Vegapunk erstmal nicht lebensverändernd. für diese Charaktere. Superhero Kevin, Enel-Comeback-Statement. Wird jetzt Vegapunk verkünden. Ich sag das, was ich seit Jahren und schon immer gesagt hab, warum sollte Enel zurückkommen? Er weiß nicht, was auf der Welt abgeht, er hat seinen Traum erfüllt, er lebt auf dem Mond, da wollte er immer hin, er kann sich wie ein Gott aufführen, diese Automata, die da sind, sind quasi lebensabhängig von ihm, weil er sie mit Strom versorgt, da kann er sich noch mehr wie ein Gott fühlen und selbst wenn er zurückkommt, kriegt er auf die Fresse. Das sag ich jetzt mal ganz klipp und klar, weil abgesehen von einem guten Observations-Haki, was er dank der Donnerfrucht nochmal verstärkt hat, war das eine faule Socke, der hat noch rumgelegen und hat sich auf seiner Macht ausgeruht. Wenn der jetzt auf Ruffy wieder trifft, der jetzt noch krasser ist als damals und immer noch immun gegen seine Donnerkraft, dann wird er gewonshottet. Wenn der auf Zorro trifft, wird er höchstwahrscheinlich gewonshottet. Der hat nämlich wahrscheinlich auf dem Mond nicht trainiert, weil auch da war er einfach der Überlegene, der Stärkste mit seiner Donnerfrucht. Oder hat doch mal gesagt, wenn Enel auf der Grandline wäre und er hätte ein Kopfgeld, wäre das 500 Millionen Berry. Was ist heute noch 5 Millionen Berry wert? Und wer hat mindestens das Doppelte? Wollen wir mal die Charaktere alle aufzählen. King, Queen, Jack, Kaido, Big Mom, Katakuri zumindest. Die anderen Suite Commander größtenteils wahrscheinlich auch über 500 Millionen Berry. Und alle in der Lage, Rüstung und Observations-Haki einzusetzen. Was halt die meisten damals im Skypie Arc nicht hatten. Ja, Enel war ein super cooler Charakter. War ein super cooler Willen. Hat eine richtig krasse Teufelsfrucht. War aber auch immer eine faule Socke. Und hat seinen Traum erfüllt. Als einziger oder als eine der wenigen Schurken in One Piece hat er seinen Traum erfüllt. Dass er zurückkehrt, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Und so viel oder so lange geht One Piece nicht mehr. Also, das ist ja auch noch so ein Punkt. Wann willst du den eigentlich noch einfügen? Ich kann mir aber vorstellen, da ja auch diese Theorie von mir so langsam Früchte trägt, gerade durch das aktuelle Kapitel, wo die Riesen ja direkt auf eine Sky Island eingegangen sind, werden wir wahrscheinlich im Elbaf Arc endlich Birka thematisiert bekommen. Höchstwahrscheinlich ist Birka auch über den Schatzbaum Adam mit Elbaf verbunden, sofern das der Schatzbaum Adam ist. Ich gehe auch stark davon aus. Birka war damals der größte Umschlagplatz der Wikinger in unserer Welt. Daher der Name Birka. Die Wikinger in One Piece sind die Riesen. Also, es macht halt absolut viel Sinn, dass die mit einer Himmelsinsel zu tun haben. Aber Birka wurde damals, also noch vor Skypia, von Elbaf Arc komplett zerstört. Das könnte eine interessante Story sein mit Urush, die man verbinden kann, aber Elbaf Arc wird höchstwahrscheinlich maximal in einem Flashback nochmal zu sehen sein. Dann werde ich wahrscheinlich auch ein Video machen, oh mein Gott, Elbaf Arc oder Elbaf Arc ist zurück, aber es wird wahrscheinlich ein Flashback sein. Da werde ich euch richtig schön klickbaiten und so ein bisschen an der Nase herumführen. Da könnt ihr mir auch gerne reinschreiben, scheiß Klickbait der Genso. Und dann gebe ich euch einen Daumen sogar. So wird es passieren. So wird es passieren. Aber ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, warum Elbaf Arc wieder zurückkehren muss und der Grund darf nicht sein, weil er ein cooler Charakter war, sondern das muss alles auch Sinn ergeben. Tranquillo hat gefragt, Dr. Vegapunk weiß mehr über das antike Königreich, da er selber gesagt hat, dass er viel an dem antiken Roboter geforscht hat, er könnte nur nicht herausfinden, wie er angetrieben worden ist. Vielleicht wurden die Daten und Ergebnisse vom Roboter extrahiert, was denkst du? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was der Roboter weiß, am Ende war das nur eine Kampfmaschine, der für den Kampf programmiert war und damals halt im antiken Königreich war. Er hat daran zwar geforscht, aber am Ende eher an der Technik und weniger an den Daten, an die kam er ja wahrscheinlich auch gar nicht ran, weil er ihn ja nicht aktiviert bekommen hat. Ich weiß nicht, was Vegapunk über das antike Königreich weiß, ich weiß nicht, ob er vielleicht Pornoklyphe lesen kann und wenn, welche Pornoklyphe hat er gelesen oder hat er nur die Aufzeichnung von Ohara gelesen und weiß deswegen was über das leere Jahrhundert oder hat das alles einfach nur so einen technischen Ursprung und am Ende ist die große Übersetzung einfach nur, hey, früher war mehr Zukunft als heute. Wie gesagt, bereitet euch auch davor, dass es halt sowas sein kann und nicht wahrscheinlich die top große Enthüllung, auf die wir alle gewartet haben. Ich hoffe auch, dass wir die bekommen, aber warten wir mal. Jack Snow hat noch gefragt, warum wusste Satellit 01, dass Vegapunk stirbt, war ja in den letzten Wochen in der Anime-Folge das Gespräch mit Dragon. Ja, vermutlich, weil er wusste, dass es geleakt wurde, dass die Satelliten und Vegapunk selbst natürlich etwas über das leere Jahrhundert wissen, dass schon seit einigen Wochen ja hin und wieder mal so Cypherpole-Einheiten dahin geschickt worden sind, jetzt sich wieder Cypherpole-Einheiten angekündigt haben, dass da etwas im Argen ist und wahrscheinlich, dass die Weltregierung ihn töten will und deswegen und wahrscheinlich alle Vegapunks töten will und deswegen hat er zu Dragon gesagt, kann sein, dass wir bald sterben. Vielleicht werden wir bald jetzt umgebracht. Ich denke, deswegen wusste er, also ich glaube, es war eher Intuition als wirkliches Wissen, dass er vielleicht bald sterben wird und er hatte ja auch Recht damit gehalten. Das dürfen wir nicht vergessen. Er hatte am Ende ja auch Recht damit behalten, dass er ist ja der Erste, der gestorben ist. Er wurde getötet von York und dann wurde Pythagoras noch in die Luft gejagt oder ich glaube komplett zerstört vom Snake. Also ja, ein paar sind ja schon gestorben und jetzt der Stella als nächstes, heißt es bleiben eigentlich nur noch vier Stück übrig und wer weiß, wie die das Ganze noch überleben. Also ich bin mir nicht sicher, Atlas könnte so ein bisschen safe sein, sie zu töten. Ich meine, sie ist zwar riesig, aber sie sieht auch ein bisschen aus wie ein kleines Kind, das würde mir auch nicht so gut gefallen. Edison ist noch stark beschädigt, da könnte noch was passieren. Lilith hoffe ich eigentlich, dass sie durchkommt und York, ja York ist nochmal so ein Extrathema, könnte aber auch so als Strafe noch irgendwie so aus Wut von Saturn kaputt gemacht werden oder zerstört werden oder getötet werden. Sie sind ja auch Lebewesen, das dürfen wir nicht vergessen. Sie sind Cyborgs, sie sind aber auch Klone von Vegapunk und ich werde auch nicht müde, das zu erwähnen, auch immer perfekte Klone von Vegapunk mit allen Persönlichkeiten von Vegapunk. Sie haben nur Spezialgebiete, deswegen ist Edison der Denker, deswegen ist Lilith die Böse, deswegen ist Chaka der Gute gewesen und Atlas hat es ja selbst gesagt, ich bin für die Gewalt verantwortlich. Musste immer die Hologramme besiegen, keine Ahnung warum, aber musste auch gemacht werden. Ja und Jörg war für die Gier zuständig, für die Gier nach Schlaf, die Gier auszutreten und die Gier zu essen und zu trinken. Das waren so die die Sachen halt. So, Überprüfung ist nichts hängen geblieben, ich aktualisiere nochmal, da ist auch keine Frage mehr, deswegen gehen wir jetzt noch auf Fragen im Chat ein, ihr dürft noch ein paar Fragen stellen, bevor wir dann auch zum Ende kommen. Gary, ich habe die Theorie, dass als Shanks zurück zu seiner Familie gehen wollte, Garning sah die Narbe und hat Shanks verstoßen, weil er eine Schande ist. Er darf nur wiederkommen, wenn er Blackbeard besiegt. Warum sollte das so sein? Also, also gehen wir davon aus, Shanks wollte zu einer Familie, die er wahrscheinlich nicht kannte, weil er halt als Baby schon zu Roger kam, das heißt, im Grunde die Vaterfigur für Shanks ist Roger und die Familie ist die Roger-Piraten-Bande. Deswegen ist Buggy halt auch im übertragenen Sinne sein Bruder in dem Sinne. Mit dem ist er aufgewachsen. Warum sollte der jetzt wieder Gorosei sein wollten? Weil Shanks strebt ja eigentlich danach, wie Roger zu sein und Pirat zu sein. Und warum sollte dann die Narbe das Problem darstellen und nicht, dass er ein Pirat ist und wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch schon halber Kaiser und so weiter. Und warum muss dann Blackbeard besiegt werden? Also nein, ich glaube, die Theorie ist sehr, sehr löchrig. Tut mir leid. Weiß nicht, kann ich nicht so nachvollziehen. Ja, ist sehr komisch. Ähm, genau, kann sich Blackbeard nicht mit der Teufelsfrucht von Durch-Pudding die Erinnerungen und Vegapunks von Garb anschauen? Ach nee, die Erinnerungen und Vergangenheit von Garb anschauen, also den God-Ready-Vorfall und noch mehr oder wie genau funktioniert die nochmal? Also eigentlich kann man nur die Gedanken rausziehen und dann bearbeiten. Also dass man die dann komplett sich nochmal anschauen kann. Das haben wir eigentlich bisher nur gesehen, dass Pudding das selbst kann. Also wir haben noch nie gezeigt bekommen, dass Pudding Erinnerungen rausgezogen hat und hat gesagt, guck mal hier, ein Filmchen. Und dann sind wir an dem Punkt, lebt Garb noch? Funktioniert das überhaupt? Ich habe ja vorhin so ein bisschen diese kleine Theorie geäußert, dass wir hier ein Muster haben bei den klassischen Admirälen, dass von hinten durch den Oberkörper jemand durchbohrt wird und zwei Personen tot sind und die dritte ist Garb von Cusan mit einem Eiszapfen von hinten durch den Oberkörper. Vielleicht ist er auch tot. Ist zumindest eingefroren. Ist so ein Thema. Aber warum sollte Blackbeard das Ziel haben, mit Pudding die Erinnerungen von Garb auszulesen, äh auszulesen, wenn er Pudding schon vorher entführt hat und Garb eigentlich mehr oder weniger so random ihm zufällig noch in die Hände gefallen ist, weil die ja nicht damit gerechnet haben, dass Garb nach Hashinoso kommt. Also ich finde, da ist auch alles noch ein bisschen im Unklaren, da müssen wir einfach abwarten. Ich denke, theoretisch wäre das wahrscheinlich möglich, sofern Blackbeard überhaupt Interesse daran hat, zu wissen, was in God Valley passiert ist aus Garbs Sicht oder er das vielleicht nicht schon weiß durch Wang Xi, der vielleicht bei ihm im Gefängnis ist oder durch Erzählungen von ehemaligen Rockspiraten oder woher er es auch erfahren hat. Er hätte auch einfach mal Whitebeard irgendwann fragen können, so hey, Whitebeard, so damals, als er noch in der Crew war, noch jung war, hey, lass mal schnacken, da warst du bei God Valley dabei, erzähl mal, wie war es da? Und dann sagt er, ja, ich hatte damals hier so meine Miss Dussi und die Gloriosa am Start, die haben sich um mich gestritten, vielleicht habe ich eine von denen Baby möglich gemacht, ja, wir wissen es nicht, aber die hatte ich am Start und Rocks ging mir schon auf den Keks, ja, habe ich gesagt, und habe mir die Bebenfrucht geschnappt, bin abgehauen. Ich habe keine Ahnung, aber ich denke mal, Whitebeard hätte man fragen können, ja, wenn man da Interesse dran hat und ich denke, Blackbeard war einer seiner Söhne, zumindest hat er ihn so gesehen, wird bestimmt auch mal geschnackt haben mit dem und ich glaube, der hätte ihm auch was erzählt darüber, also, wie gesagt, es ist, es gibt immer manchmal einfachere Lösungen an Informationen zu kommen, dass man es gar nicht so umständlich machen muss wie mit der Teufelsfrucht von Pudding, ich glaube immer noch, weil das halt absolut noch kaum bis gar nicht thematisiert wurde, dieser Drei-Augen-Stamm und das Auslesen mit dieser besonderen Fähigkeit der Porno-Klüfe und Pudding hat es ja auch selbst gesagt, ich weiß, warum Blackbeard mich will, aber da ist ein großer Irrtum, weil sie vielleicht selber immer noch glaubt, sie könnte das nicht, aber es gibt keinen anderen vom Drei-Augen-Stamm, also es muss ja noch mal irgendwo wichtig werden an der Stelle, während die Memo-Memo-Frucht halt im Grunde alles schon erzählt wurde im Hawking-Allen-Dark. Aber klar, auch das könnte natürlich der Grund sein, warum sie entführt wurde, ich schließe das nicht komplett aus, ich halte die Drei-Augen-Stamm-Sache einfach für viel wahrscheinlich an. Gab ja mal so eine Insel, wo es nur geblitzt hat, glaube, hat so eine ältere Dame Regenschirme verkauft, meinst du, diese Insel wird noch mal interessant? die war schon interessant, das war Reiki-Island und zwar war das die Insel, wo Ruffy als erstes hin wollte. Urush ist ja da angekommen und als Ruffy in die neue Welt kam, also nach der Fischmenschen-Insel, hatten die ja diesen verbesserten Lockport mit den drei Nadeln und einer hat ja ganz wild ausgeschlagen, das war Reiki-Island, das hat Oda auch schon enthüllt, da wollte Ruffy ja unbedingt hin. Dann gab es den Hilferuf von Pankhazad und dann sind sie nach Pankhazad. Jetzt ist das wahrscheinlich eine Insel, die ganz am Anfang der neuen Welt ist. Wenn da jetzt nicht irgendwie eine wichtige Koordinate ist, die man später noch mal für die Suche nach der Love Tale braucht, ich habe ja so ein bisschen die Theorie, dass die einfachen Road-Porn-Klüpfe zu haben nicht ausreicht und auch nicht es ausreicht, das zu lesen, sondern dass da vielleicht noch mal ein Rätsel ist oder so etwas, wo man noch mal vielleicht Inseln besuchen muss, wo man vielleicht einen guten Navigator wie Nami braucht und dass vielleicht auch andere Charaktere in der Strohbande wichtig werden, um Love Tale zu finden, abgesehen von Nico Robin und dann könnte vielleicht Reiki-Island noch mal interessant werden. Oder hieß sie Raijin-Island? Ich glaube auch Raijin-Island. Irgendwas, was mit Blitz und Donner zu tun hat im Japanischen. Ich glaube Raijin-Island war es auf jeden Fall. Aber ja, das könnte da noch mal interessant werden, ansonsten war es halt einfach nur eine witzige Insel. Ich fand sie eigentlich cool. Was, wenn Blackbeard die Leiche von Serbeck mit den Schattenfrucht ermöglichen möchte, seinen eigenen Schatten da reinzustecken und die Welt mit seiner Finsterfrucht komplett zu verdunkeln? Hätte er dann noch die Finsterfrucht, weil die wäre ja dann noch in seinem alten Körper. Das ist sowieso auch so eine Sache bei diesen ganzen Roxtie-Serbeck-Theorien. Ja, Blackbeard hat die Leiche von Roxtie-Serbeck und will die mit einem Leichnam wiederbeleben. Wäre dann nicht Serbeck die große Nummer und Blackbeard müsste zurücktreten? Lohnt sich das überhaupt? Gibt es den Leichnam von Serbeck überhaupt noch? Wo wurde der konserviert über die letzten 38 Jahren, sage ich jetzt mal grob? Und warum sollte der wiederbelebt werden? Oder sowieso? Hast wie die Pest, also Charaktere wiederzubeleben? Und dann sagt Blackbeard, okay, du bist der Meister. Ja, ich bin Darth Vader, du bist der Imperator und du bist jetzt der Chef. Das würde doch komplett gegen Blackbeard sprechen. Wenn er den Körper wechselt, verliert er doch auch die Teufelsfrucht an der Stelle, oder? Die bleibt ja im alten Körper. Das ist ja auch so ein Punkt irgendwie. Oder er bleibt die in seiner Seele? Ich weiß es nicht. Außerdem funktioniert doch vielleicht eben Serbecks Körper das Ganze nicht mit zwei Teufelsfrüchten, weil es soll ja so sein, dass er diesen seltsamen Körper hat, warum er zwei Teufelsfrüchte haben soll. So viel zu meinen Gedanken zu Blackbeard und Serbeck. Wobei ich halt immer noch ausschließe, dass Serbecks Leichnam irgendwo ist. Also wenn er irgendwo ist, dann in dieser Kühlkammer in Mary Joa. Das könnte ich mir vorstellen, aber auch dafür hätte ich gerne mal einen Grund, warum der da aufgehoben werden sollte. Was brauchen die den? Ist der wichtig? Wird der irgendwie am Leben erhalten, weil der eine gefährliche Teufelsfrucht hat, damit die nicht mit dem Umlauf kommt? I don't know. I don't know. Ich weiß es nicht. Also offiziell gilt er als verstorben. Lassen wir ihn mal verstorben sein. An dieser Stelle. Wie gesagt, Keine Ahnung. Also gerne Argumente bringen, warum das so sein ist. Ich sehe es nicht. Tut mir einfach leid. Sorry. Haben wir noch was? Kizaru macht gerade seinen Job. Vegapunk ist doch nur sein Arbeitskollege, mit dem er gut verstanden hat oder mehr nicht. Naja, die haben ja schon miteinander Pizza-Partys gefeiert und Nika-Tanz gemacht und so weiter. Also man könnte schon meinen, dass das gute Freunde sind. Und Bonny ja auch und Kuma und Sentomaru. Und er hat ja auch immer wieder gezeigt, dass ihm das nicht passt. Aber er hält sich halt die ganze Zeit daran, für die Weltregierung weiterzuarbeiten. Er schaut aber auch aus, wie das Bild von Saturn verschlingt. Also Saturn verschlingt seine Söhne von Goja. Wir haben es gestern in der Live-Reaction uns angeschaut, das Bild von Francesco de Goja mit Saturn, hier, wo seine Kinder ist. Fand jetzt nicht, dass die Augen irgendwie speziell genauso aussahen. Das waren eigentlich Standard-Augen, so weiße, weiße Augen und dann schwarzer Punkt. Also ich glaube, das sind so die Standard-Augen von Dragon Ball. Hatten früher alle, also hier mit diesen Runden und dann hier das schwarze Pupille. Ich habe ja damals so ein bisschen Dragon Ball-Charakter gezeichnet in meiner Jugend, daher weiß ich das. Also da war jetzt nicht unbedingt so besondere Merkmale bei Saturn, die auf dieses Bild schließen, aber man kann vielleicht die Verbindung bringen, dass es dabei sich um den Gott Saturn handelt oder war Saturn ein Koloss? Ich weiß es nicht so ganz genau. Ich glaube, er war ein Koloss, war Krodos, Krodos versinkt seine Söhne, die waren ja Odin und Zeus und Poseidon und Zeus hat ja dann Krodos besiegt und hat dann sie wieder aus dem Bauch rausgeschnitten und so weiter. Ist ja das Thema, gell? Die Götter besiegen die Titanen. Aber wir haben es gestern angeschaut, gell? Also so ganz speziell sah es nicht aus. Ich meine auch eher, es sieht eher wie das Auge aus, was wir bei Imu gesehen haben, als er die Superwaffe abgefeuert hat. Vielleicht hat das auch was mit dieser besonderen Teufelsfrucht zu tun, die er ja wahrscheinlich hat. Ich gehe ja immer noch stark davon aus, es ist eine mystische Soran-Teufelsfrucht, Modell Oni, also Dämon. Ja, Oni ist ja Dämon. Vielleicht in die Richtung und dann hat vielleicht Imu eine gleiche Art. Wir haben ja auch Inu-Inu-Nomi, mystische Modelle, einmal diesen göttlichen Wolf und einmal den neunschwänzigen Fuchs und es ist ja beides das Modell Hund. So, so könnte ich mir das vorstellen, halt auch mit den Teufelsfrüchten von der Weltregierung, also den Gorosei. Buggy hat kein Tier. Tatsächlich hat Buggy als einziger der Shishibukai kein Tier bekommen. Oder wenn, kann ich es mich nicht erinnern, aber ich glaube, er war der Einzige, der es nicht hatte. Glaubst du, Roxy Sebek hatte die Trend-Rennfrucht und hat sich mit dem Awakening in den Körper von Blackbeard gespalten, deswegen ist er jetzt They. Nein. Nö. Also erstens mal, die Sache mit dem They, ja, ist, äh, sehr, sehr weit hergeholt. Ja, weil, die ganze Situation, wo das kam, war, Nami hat ja gemeint, wollt ihr euch nicht mit dem, äh, Typen da hier machen, das war auf Mocktown und, äh, Zorro und Ruffy sagten, äh, es ist nicht er, es sind sie. Also Mehrzahl. Und im nächsten Panel siehst du die anderen Blackbeard-Piraten. Also alle außer Lafitte, weil Lafitte war zu dem Zeitpunkt in Mary Joa. Das heißt, Ruffy und Zorro ist aufgefallen, dass diese Charaktere zu Blackbeard gehören und sie eine Bande sind und es sind mehrere Leute. Es wurde auch nie wieder irgendwann in One Piece und gerade bei den Blackbeard-Piraten auf so eine vielleicht missverständliche Szene hingewiesen, dass Blackbeard mehrere Leute sein könnte. Oder mit der Trend-Rennfrucht, was scheinbar ja auch bisher nie möglich war, in einen anderen Körper zu gehen und den zu übernehmen. Da gab es auch viele Theorien mit der Seelenfrucht und Mutter Karamell, was auch sich alles als Luftikus-Theorie herausgestellt hat. Da war nie wirklich irgendwas drin. Und bei der Seelenfrucht hätte ich es mir vielleicht sogar noch vorstellen können. Also nein, ich glaube weder, dass Roxy die Seelenfrucht hatte, noch dass er durch sein Awakening den Körper von Blackbeard übernommen hat. Das wäre mir ein bisschen zu wild. Und das mit dem They, ich habe es ja eben aufgeklärt und ich weiß, ja, die Theorie klingt viel cooler als meine Aufklärung, aber das ist leider ja immer so, dass die Fakten oder so Aufklärungen nicht so toll klingen wie diese coolen Theorien. Bringen wir jetzt noch diese Szene ins Spiel rein? Oder er hatte andere Zahnlücken und sowas? Was einfach nur vielleicht Farbfehler sind, weil Garb auch öfters mal keine Narbe hat oder die auch öfters vergessen hat. Fantastisch. Ich liebe diese Theorien. Schön, dass wir mal wieder drüber reden. Es tut mir auch leid, wenn ihr die cool findet, findet ihr weiterhin cool. Vielleicht stimmt es ja. Ich glaube einfach nicht dran. Tut mir leid. Gab man so eine Theorie, dass die Grand Line die sieben zerstörten Monde sind beziehungsweise dadurch entstanden sind? Meinst du, das wäre nur annähernd möglich? Keine Ahnung. Warum sollen das Monde sein? Waren diese Monde alle rot? Und so ein Kontinent? Haben wir einen Beweis, dass die anderen Monde, sofern die existieren in One Piece, das basiert ja alles auf dieses, diesen, ich nenne es jetzt mal Globus von Ohara, wobei das auch andere Planeten sein könnten und man hat einfach nicht die Sonne als Mittelpunkt genommen, sondern die One Piece Welt als Mittelpunkt, so wie wir es ja auch lange Zeit auf unserer Welt dachten, dass die Welt der Mittelpunkt des Universums wäre und nicht die Sonne. Ja, Galileo und so ein Thema. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass dadurch die Red Line entstanden ist und was würde das für die One Piece verändern? Dass One Piece vielleicht vorher ein Meer war und die Red Line doch etwas Ungewöhnliches, Künstliches oder ein Fremdkörper ist? Keine Ahnung, trotzdem, wenn man sie zerstört, passiert halt erstmal der Turn-Up. Geh stark davon aus. Wir haben es in Lulusia gesehen oder zeigt uns doch nicht, was die Auswirkung der Zerstörung von Lulusia ist und bei der Red Line bleibt alles cool oder so. Ne? Die müsstest du ja langsam abbauen und dann müsstest du die ja komplett zerstören, wenn du die ja komplett zerstören willst, musst du die ja komplett um einmal um die Welt zerstören. Wir gehen ja immer davon aus, die wird an einer Stelle zerstört und bröckelt dann auseinander. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich weiß es nicht. Wie gesagt, es gibt bestimmt mit Sicherheit einen Bestand für diese Theorien und die sind ja auch schlüssig, aber keiner spricht darüber, was dadurch ausgelöst wird am Ende, wenn die zerstört wird und wenn auch nur an einer Stelle. Mega Milch, Barthay, sage ich immer noch, war bezogen auf die Blackbeard-Crew, glaube nach wie vor nicht an die Cerberus-Theorie zu weit gesucht. Also ganz ehrlich, die Cerberus-Theorie hätte ich sogar noch cool gefunden, aber dann wäre halt Blackbeard einfach ein mystisches Wesen mit drei Köpfen und das hätte vielleicht die Teufelsrüchte erklären können. Dann wäre er aber immer noch nicht Zay, sondern er wäre jemand mit drei Köpfen. So wie Orochi. Hat auch von Orochi keiner von Zay gesprochen, weil er acht Köpfe hat durch die Yamatano Orochi. Das ist das, was ich dann meist nie verstehe. Ich schläge halt den Finger auf die Wunde bei so Theorien. Es tut mir leid. Es ist nicht so, dass ich die nicht leiden kann, diese Theorie. Ich meine, ich verstehe sowieso nicht immer die hundertprozentige Theorie, immer nur, was ihr mir darüber erzählt und dann erzähle ich euch, was mir als allererstes einfällt zu diesen Theorien. Und es kommt halt selten einfach irgendwie eine coole Theorie rum, wo ich sage, hey, super, klasse, fantastisch. Und deswegen bin ich dann immer der Arroganters. Tut mir wirklich leid. Ich will das nicht tun. Aber ihr seid ja hier, um quasi an meinem Fachwissen, können wir es so bezeichnen, Fachwissen, an meinen unnützen Witzen, dass ich an One Piece angehäuft habe, euch zu profitieren. Am besten ist halt natürlich immer, ihr fragt den Urheber der Theorie, ob er sich darüber auch Gedanken gemacht hat und vielleicht kriegt ihr ja auch eine Antwort. Wäre zumindest uns zu wünschen übrig. Ja, die Zahnlücken ist so ein Thema. Also wie gesagt, Oda zeichnet nicht fehlerfrei die ganze Zeit und wenn er da mal andere Zahnlücken gezeichnet hat, dann hat das wahrscheinlich einfach nur schlecht gezeichnet. Das ist so ein Thema. Wenn Genso falsch liegt mit Blackbeard, muss er einen Besen fressen. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin natürlich auch definitiv bereit, dann zuzugeben, okay, ihr hattet alle Recht gehabt und ich hatte Unrecht gehabt, aber ich glaube es nicht daran. Ich habe mich auch damals vehement gegen diese Theorie gewehrt, dass Mihawk in Kapitel 956 stirbt. Das wurde von vielen schon so suggeriert, dass das Save von Oda geplant ist. Und deswegen habe ich damals auf dem Spoiler-Video auch Mihawk aufs Thumbnail geklatscht und habe vorher schon gesagt, ich lehme mich weit aus dem Fenster, das wird nicht passieren. Warum? Warum sollte Random Mihawk jetzt getötet werden? Weiß ich nicht, nur wegen dieser Color Spread. Ich sage halt immer, geht nicht immer so davon aus, dass irgendetwas hundertprozentig safe ist. Auch jetzt der Tod von Vegapunk, ich sage, der wird wahrscheinlich zu 99% tot sein, weil alles danach aussieht. Aber natürlich gibt es immer noch die eine Möglichkeit, dass das nicht ist. Die Sache mit der Verräter, Sache mit Kizaru, er hat ihm hundertprozentig das Essen gebracht, habe ich gesagt, ja, natürlich, möglich ist es, dass er ihm das gebracht hat, aber es gibt auch noch viele weitere gute Möglichkeiten und wir wissen es immer noch nicht so wirklich. Und selbst meine Idee mit Karibu können wir wahrscheinlich jetzt so ein bisschen ausschließen. Vielleicht hat Ruffy sie tatsächlich das Essen einfach nur mit seinen Armen geholt, weil er die weit gestreckt hat. Am Ende war es so einfach und es spielt für Oda nicht so wirklich eine Rolle und wir haben da viel zu viel hineininterpretiert, als es am Ende gewesen ist. Aber natürlich muss man dann die Ehrlichkeit haben, danach zu sagen, okay, so mittlerweile haben wir uns bei dieser Verrätersache von Kizaru vielleicht ein bisschen geirrt oder es wird erst später stattfinden. Naja, aber es macht doch Spaß über sowas zu diskutieren, zu spekulieren und unsere Theorien zu machen und ja, vielleicht sind die Theorien nicht immer so ganz durchgegart, aber vielleicht ist doch irgendwo so ein Fünkchen drin, was dann doch uns zu einer Lösung bringt. Aber damit auch das Ende eingeleitet für diesen Q&A, keine Sorge, nächsten Montag haben wir die Nachbesprechung zu Kapitel 1109, vielleicht sind wir dann schon ein bisschen schlauer, was die große Enthüllung von Vegapunk betrifft, vielleicht passiert sie, vielleicht zögert Oda noch ein bisschen raus, um die Pause mitzunehmen und es vielleicht dann erst in Kapitel 1111 zu enthüllen, um dann doch mal was Besonderes zu machen Oda dreht uns vielleicht auch immer eine Nase und sagt Hey, ich zeig's euch schon in Kapitel 1109 und in 1111 zeig ich euch nicht mal Zorro. Um euch alle so ein bisschen eine Nase zu drehen, macht er nämlich auch sehr gerne. Wir kennen doch unseren Oda. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, würde ich mich freuen. Wir haben gerade die 17100 erreicht, wäre schön, wenn wir weiter wachsen würden. 18.000 bis Ende des Jahres halte ich für sehr, sehr realistisch, dafür müssen wir im Grunde eigentlich auch nur 100 Abos im Monat machen, aber hey, wenn wir am Ende 19.000 oder vielleicht sogar die 20.000 knacken, wäre ich euch sehr dankbar. Es liegt an euch, ich mache meine Videos, ich hoffe, sie gefallen euch, zeigt sie euren Freunden, helft mir ein bisschen zu wachsen, ich bedanke mich auf jeden Fall für jedes Abo und jeden, der aktiv an dieser Community teilnimmt, also auch ein schönes dickes Dankeschön an euch und natürlich auch ein dickes, ein richtig dickes Dankeschön für alle Leute, die mich auch finanziell etwas unterstützen durch Mitgliedschaften, ich habe die Namen hier auch wieder eingeblendet, vielen, vielen Dank, das hilft mir sehr weiter, um zum Beispiel die Adobe Suit zu bezahlen mit Photoshop und Premiere Bro, die brauche ich halt einfach, um mit denen zu arbeiten, um die Videos zu machen, ich weiß, ich bin nicht der beste Video Creator, ich könnte da wahrscheinlich viel mehr machen, wenn ich auch mehr Zeit dazu hätte, aber ich bin halt auch jemand, der gerne einfach vor die Kamera geht und euch ein paar Geschichten über One Piece erzählt, mit ein paar Theorien, ein paar Meinungen und ein paar Spekulationen. In dem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören, macht euch eine wunderschöne und angenehme Zeit, ich sage Ade!